Hallo und herzlich willkommen zum 71. PC Games Community Podcast. Ich bin Lukas und heute ist bei mir der Olli. Hallo, guten Abend. Und der Tobi. Hallihallo. Hallo, grüßt euch. Wir haben heute als Themen, ist relativ kurz und knackig, sage ich mal, mal gucken, ob es klappt. Wir haben ein bisschen was zu Microsoft und PlayStation und deren neuer Kooperation. Und außerdem erzähle ich später was zu Rage 2, das ich angespielt habe, wo ich aber noch nicht durch bin. Wir haben aber zuerst gesagt, wir sprechen kurz über die Spiele, die wir zuletzt gespielt haben. Und Tobi, du meintest schon, darfst du was erzählen? Ich habe ein paar Sachen gespielt, ja. Und zwar alles irgendwie so Stealth-lastig. Zum einen habe ich mir spontan A Plague Tale Innocence gekauft, nachdem der Test ja wirklich herausragend war, also 9 von 10 bei der PC Games. Und alle sagen, oh, endlich mal wieder ein schönes Singleplayer-Story-Spiel und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das muss ich jetzt auch mal als Singleplayer-Story-Fan mit einem Vollpreiskauf unterstützen. Und habe es mir gekauft, habe es angefangen. Ich bin noch nicht durch, ich spiele es relativ gemächlich. Und ich kann jetzt schon sagen, es ist super. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche mal darüber reden, weil ich glaube, Oli, du hast es auch, ne? Ich habe es auch, bin noch gar nicht zugekommen, ja. Aber ich habe es auch, ja. Ja, also, ja, mit etwas Glück können wir da nächste Woche genaues darüber berichten. Dann bin ich vielleicht auch schon durch. Aber ich kann jetzt schon sagen, also wer Singleplayer-Story-Fan ist und mit so Mittelalter-Dingens da ein bisschen was anfangen kann, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist wirklich cool. Und dann habe ich ja das Assassin's Creed 3 Remaster durchgespielt gehabt, letzte Woche, und habe dann direkt auch noch das Remaster von Liberation angefangen, das mit dabei ist. Das ist ja der Port von dem Mobile-Game. Ich glaube, für was war das? Für PS Vista oder so, glaube ich, damals. Vita, oder? Vita, nicht Vista. Vista ist auch nicht schlecht, aber Vita, aber ich glaube, heute war gemeint. Ja, Vista war Windows, genau. Beide waren eh nicht erfolgreich auf Dauer. Sehr richtig. Ja, aber es ist eigentlich ganz nett. Also, es wirkt so ein bisschen kompakter als ein normales Assassin's Creed, was eigentlich mal gar nicht schlecht ist. Die Grafik ist okay dafür, dass es so ein Mobile-Port ist. Also, finde ich eigentlich ganz angenehm. Es spielt ja in New Orleans und man spielt eine weibliche Assassine namens Aveline. Und dadurch, das Setting ist ein bisschen anders noch mal, ein bisschen unverbraucht, weil man ist dann auch so im Sumpfland unterwegs und so weiter. Und ein cooles Gameplay-Feature ist drin, was mir vorher noch nicht so bekannt war. Und zwar, man kann sich verkleiden. Also, man kann so zwischen drei Personen hin und her wechseln. Entweder die Assassinen-Person, die dann halt immer irgendwie Kämpfe macht und so, aber auch immer von den Wachen quasi beäugt wird. Dann eine Sklaven. Also, man kann sich als Sklavin ausgeben. Und weil es spielt ja 1700 irgendwas. Also, da ist Sklaverei natürlich gerade in den Südstaaten noch richtig ordentlich mit von der Partie. Und als Sklavin kann man quasi, ja, kommt man eigentlich so überall so mit durch, so ein bisschen. Aber man muss halt aufpassen, also, wenn du halt irgendwas machst, dann bist du halt gleich sofort, ja, was du hier verfolgt. Oder man gibt sich so als reiche Dame, und dann kann man halt auch die Wachen betören und so. Also, man hat so verschiedene Optionen. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist irgendwas völlig, also, das kenne ich aus keinem anderen Assassin's Creed. Und ist ganz nett, kann man sich dann so überlegen, wie man so eine Mission angeht auch dann teilweise. Also, bei den Anfangsmissionen ist es noch so, dass es vorgegeben ist. Dann heißt es halt, ja, jetzt musst du dich hier mal als der und der verkleiden. Aber ich hoffe mal, dass man also zumindest dann später vielleicht auch so ein bisschen selber entscheiden kann, okay, will ich das jetzt eher als kampflassig angehen, als Assassine oder eher irgendwie in der Verkleidung und so. Finde ich ganz cool. Also, macht sich bis jetzt ganz gut eigentlich. Ja, das klingt auf jeden Fall recht überraschend, wie du schon sagst. Das kennt man eigentlich so von Assassin's Creed. Aber wie war es denn bei Syndicate? War das nicht auch so, dass sie verschiedene Skillsets hatten so ein bisschen? Boah, Syndicate ist doch ein Strategiespiel, oder? Äh, nee, Assassin's Creed Syndicate. Ach so. Das ist das einzige Assassin's Creed, was ich noch nicht gespielt habe. Weil ich glaube, da war sie eher auf Schleichen und eher auf Kämpfen oder so in der Richtung. Ich glaube auch, ja, genau. Da konnte man sich entscheiden, ob man die Mission mit ihr oder mit ihm spielt. Genau. Und sie war eher auf Schleichen ausgelegt und er eher auf Kämpfen. Ja. Kann ich auch noch dran sagen. Jo, aber auf jeden Fall mal ganz interessant. Und ich glaube, das wird nicht so lange brauchen, das durchzuspielen. Also insofern dürfte das heute schnell gehen. Das krasse Gegenteil von Teil 3, der wirklich ausufernd ist, ne? Also zumindest mit seiner gestreckten Art. Ja, ja, ja. Wobei man sagen muss, also im Gegensatz zu zum Beispiel den wirklich neuen, wie Origins und Odyssey, ist selbst Teil 3 noch einigermaßen kompakt. Also halt, die werden schon, die werden einfach immer größer und größer und größer. Du machst mir Angst, wo ich dir auch eine nachholen will. Ja, viel, viel. Ich bin jetzt langsam bei Teil 3, so glaube ich, dass ich glaube, mich auch dem Ende nähere. Ich habe ja gesagt, das Original noch, nicht das Remastered. Ja. Ja, macht das irgendwie auch noch so. Du hast ja, die letzte Folge, genau, die letzte Folge, würde ich noch einen Kommentar lassen, zu eurer letzten Folge, die ihr ohne mich gemacht habt, weil ich ja nicht konnte. Ihr habt ja so schön gesagt, das kann man so schön wegspielen, so nebenbei, hast du glaube ich gesagt gehabt, diese Assassin-Geschichten, das stimmt wirklich. Also, ich habe zwar nichts Zeit gehabt, aber da konnte ich mal ein bisschen mal dir, mal da war es so, ein bisschen mal so eine Nebenmission oder so. Dafür geht immer, so nebenbei laufen lassen, so gefühlt. Ja. Das stimmt wirklich. Und Teil 3 ist ja wirklich, streckt sich ja ewig, bis du mal aus einem Dings raus bist und dann denkst du nach 30 Stunden Spielzeit, kommt doch noch irgendwas Neues wieder und das ist ja auch schon. Ja, das Tutorial allein dauert ja schon ungefähr 8 Stunden oder so. Ja, ist wirklich so. Ja, ich muss sagen, also ich habe mich jetzt beim zweiten Durchgang sozusagen, weil ich habe es ja schon mal durchgespielt, als es rauskam, die Originalversion und jetzt halt nochmal das Remaster, habe ich mich jetzt schon eher an den Hauptplot gehalten, habe nicht jeden Nebenscheiz-Film gemacht. Also, ich habe die Schiffsmissionen, habe ich wieder alle gemacht, weil die sind echt ganz nett. Die sind ganz cool, ja. Die sind, ja, ich meine, deswegen haben sie ja dann mit Black Flag weitergemacht, weil die kamen ja auch wirklich am besten an. Und, aber sonst, ja, habe ich mich da ziemlich rangehalten und genau das Gleiche mache ich jetzt auch wieder beim, bei dem Liberation, weil du kannst auch wieder, die haben, da ist wieder Sammelkram drin, wo du so denkst, ah, in dem Sumpf sollst du dann irgendwelche Pilze sammeln für irgendeinen Vollidioten, keine Ahnung, wegen irgendwelchen, ach, also, es ist wieder so viel Zeug mit dabei und dann, da habe ich mir jetzt gedacht, nee, Leute, jetzt geht's mal. Also, ich weiß noch, dass Liberation damals gelobt worden ist, gerade wegen dieser Verkleidungsgeschichte, weil das ja auch quasi, ja, so Ubisoft-typisch, was Politisches war, ohne Politisches Sein, ne, weil es dann mit dieser Verkleidung geht, Sklavin, nicht Sklavin, reiche Dame, was du schon also erwähnt hast, mit diesen verschiedenen Möglichkeiten. Das war damals schon diskutiert worden, das weiß ich noch, das war also alles recht originell eigentlich und das ist eines dieser Assassin's Creed-Teile ist, die gingen so ein bisschen unter, in dem Fall, weil es erst auf dieser, ja, nicht weit verbreiteten Plattform war, der Vita. Genau, ja. Und, ähm, es gab noch eine andere Zeit, ich glaube Rogue, glaube ich, wie hieß der, der auch so ein bisschen unterging, weil er zum Ende der PS3-Ära kam, glaube ich, irgendwie sowas war das. und Rogue, Rogue kam im gleichen Jahr als Unity. Die haben, sie haben tatsächlich, die haben zwei vollwertige Assassin's Creed-Spiele im gleichen Jahr rausgebracht, da. Ähm, und einen eben noch, also Rogue war noch eben für die, wie du sagst, für die PS3 und Unity war dann, glaube ich, schon für die neuen Konsolen oder so ähnlich, ähm, weil, äh, Rogue ist ja quasi, es ist im Prinzip Black Flag, exakt nochmal, nur halt mit einem anderen Setting und einem anderen, ist aber auch ganz nett, also ich hab, äh, ich hab sogar Rogue auch gespielt, ähm, und, äh, und das Schöne an Rogue ist, ähm, das Ende von Rogue ist genau der Anfang von Unity, also das, das überschneidet sich, also du bist im selben Ding unterwegs und das überschneidet sich perfekt, also, äh, das ist wirklich ganz cool. Ähm, okay, weiß ich Bescheid, wenn du mal weiterkommen willst. Ja. Okay. Ähm, jo, also das war ganz cool und, ähm, eine letzte Sache hab ich noch, äh, gemacht und zwar, weil ich schau im Moment gerade die Serie 24, ähm, so, stückchenweise durch und da hatte ich dann, bei mir ist es immer so, wenn ich irgendwas im Fernsehen anschaue, dann, dann will ich eigentlich immer was dazu passendes zu irgendwie spielen, das ist bei mir immer so eine Synthese und deswegen hab ich, äh, nochmal angefangen, die, äh, Splinter Cell Reihe durchzuspielen, weil, äh, das thematisch natürlich sehr gut passt, ähm, und hab angefangen mit Splinter Cell 1, und, boah, ist das schwierig. Also, wenn du so heutige Stealth Games gewohnt bist, wo du halt, sowas wie Assassin's Creed, wo du halt irgendwie, hä, da die Leute abmeuchelst und irgendwie da auch relativ schnell durch die Gegend dich bewegen kannst, das kannst du ja bei Splinter Cell echt mal vergessen, wenn du da ein bisschen zu schnell läufst, dann sofort drehen sich alle um und, oh, was war das? Zack, zack, sehn dich und du wirst erschossen. Also, äh, richtig krass, du kannst ja, äh, bei Splinter Cell bewegst du dich ja, änderst du deine Geschwindigkeit per Mausrad. Also, du kannst wirklich sehr dynamisch deine Geschwindigkeit anpassen und das musst du auch machen. Und, ähm, ja, ganz schön hart, grafisch ist das natürlich übel, weil es ist halt Unreal Engine 1, glaub ich, sogar noch oder so, also, es ist halt so von den frühen 2000ern. Äh, es ist ganz nett, weil dieses Zukunftsszenario dort spielt 2004, also, ne, und, äh, alle haben irgendwelche kleinen Club-Handys und fühlen sich damit saucool und du fragst dich nur, wo sind, wo sind die Smartphones? Ja, Motorola Razr, sag ich. Ja, genau, ich glaub, es ist sogar im zweiten Teil, den ich jetzt gerade angefangen hab, Pandora Tomorrow, ähm, da ist, ähm, noch ein Sony Ericsson, ist, ist groß promotet, das sieht man so in der Aufnahme, dann so voll verpixelt, weil es halt die Grafik nicht gut genug ist. Aber ja, ne, ist ganz nett und, weil ich hab die Reihe bis jetzt, ähm, ähm, ich hab alle Teile gespielt, bis auf Blacklist, den neuesten, da kam ich nie dazu, weil ich, äh, in der Mitte von Conviction, dem vorherigen, äh, hat's mich irgendwie mal verloren gehabt, oder es war irgendwas, auf jeden Fall hab ich das nie durchgespielt und wollte dann auch nicht mit dem nächsten anfangen. Und jetzt, äh, hab ich mir mal vorgenommen, doch die Reihe durchzuspielen und, ähm, bis Black Flag dann wirklich mal alle mitzumachen. Ja, das war so, also ziemlich viel Hin- und Hergespränge die Woche, ähm, aber ganz nett. Ja, okay. Äh, ja, wegen Black Tale hab ich schon im Forum gesehen, dass ein paar Leute geschrieben haben, dass sie das so ähnlich wie du sehen, als Ersteindruck. Vielleicht finden wir ja wen auf dem Forum, der noch bei der Folge mitmachen will nächste Woche, falls wir das dann als Hauptthema reinpacken. Jo, also ich wär auf jeden Fall dafür, dass wir das nächste Woche als Hauptthema reinpacken. Das ist wirklich, äh, cooles Spiel. Es ist so ein richtiger schöner Indie-Hit. Ähm, und, ja, ich würd gern was drüber erzählen nächste Woche. Ja, cool. Äh, Olli, du bist noch nicht dazu gekommen, meinst du, ne? Weil du hast es dir ja auch geholt. Nö, ich hab, wie gesagt, die Woche immer nur, wenn ich was spielen konnte, nur kurz Zeit gehabt, und da wollte ich nichts Neues anfangen, weißt du? Das ist, das möchte ich schon ein bisschen Zeit für haben, was ich mich da voll widmen kann, so ein bisschen. Ja. Ja, das ist, glaub ich, auch bei dem Black Tale gar nicht schlecht. Also, ich würd's jetzt auch, man muss sich schon ein bisschen drauf einlassen, ähm, auf die ganze Story und, um die Charaktere und so. Jo, ansonsten hast du auch nichts gespielt, Olli, ne? Oder nichts Erwähnenswertes zumindest? Nö, nichts Erwähnenswertes. Okay. Ah, bei mir ist eigentlich auch wie immer, ich hab ein bisschen Hot Lava mal wieder gespielt, falls ich dir noch wer dran erinnert, äh, das war dieses Spiel, wo man nicht den Boden berühren darf und so parkourmäßig durch die Gegend springt. Das hat Spaß gemacht. Ach, das wollte ich mir immer mal zulegen, irgendwie Hot Lava. Ich sag's immer wieder, Steam Family Share. Ja, ich hab das ein bisschen für Kumpels gestreamt und, äh, wir haben was, äh, mittlerweile haben wir eigentlich auch Spaß daran gefunden, mit Discord zu streamen. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Die Qualität ist zwar nicht so gut, aber man könnte quasi in Discord, kann man so einen Anruf starten und dann macht man so eine eigene Gruppe auf, also man ist in keinem normalen Channel, aber man kann dann einfach den Screen sharen und das ist dann direkt in Echtzeit. Während du ja bei Twitch oder so hast du normalerweise immer ein bisschen Verzögerung, so zehn Sekunden oder so. Und, äh, so kannst du's halt direkt live mit den anderen sehen und erleben. Wie gesagt, die Qualität wird ein bisschen drunter, aber es ist ganz spaßig eigentlich. So streamen wir auch Magic zum Beispiel immer. Ist ganz cool, ja. Und dann können alle kommentieren, wenn du gerade missgebaut hast. Wenn du failst. Richtig, du failst. Das machen die doch noch fleißig. Das ist ja normal. Äh, sehr schön. Ja, und sonst hab ich nur ein bisschen Magic gezockt und dann eben Rage 2, wo ich aber später mehr zu erzähle. Und ich wollte noch kurz einen Podcast empfehlen. Wir haben ja hier schon dutzende Male über das Thema gesprochen, Epic Store, Web, Stream, bla bla bla. Und, äh, der, auf ein Bier Podcast, also so Pod, die haben eine Folge jetzt dazu gemacht. Nach einigen Monaten haben sie sich dann doch entschlossen, darauf zu reagieren und nochmal drüber zu sprechen. und ich fand das aus dem Grunde ganz interessant, weil die doch einige Themen aufgegriffen haben, die mir nicht so präsent waren oder an die ich noch nicht gedacht hab. Ich find, die haben so ein paar neue Blickwinkel reingemacht und, äh, das fand ich ganz nett und interessant. Von daher kann ich die Folge nur empfehlen. Ich werd die verlinken. Wer möchte, hört sie sich an, ihr findet sie dann im Forum den Link. Jo. Die haben ja im Moment einen Sale, ne? Äh, bei Epic, ja. Das ist recht umstritten, ne? Vor allem, ja, eben. Vor allem, weil einige Leute gleich ihre Spiele rausgenommen haben aus dem Store. Es war irgendwie nicht so gut durchorganisiert, hat man so das Gefühl. Ja, obwohl eigentlich, Äh, Epic ja wohl angeblich die Differenz selber ausgeleitet. Das heißt, es geht nicht zu Lasten derjenigen, die da anbieten, ne? Aber ich glaube, das haben wir, glaube ich, jetzt nicht bei uns im Themenverlauf. Nee, 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 ist nicht im Themenverlauf. Es kam bloß grad auf. Nee, aber es gab bei Eurogamern einen schönen Kolumnen dazu, wo es dann ging, müsste Eurogamern gewesen sein, doch, glaube ich, war es, ähm, dass, äh, das Problem wohl anderes ist, dass die den Preisverfall halt nicht so öffentlich machen wollen. Also diese, es ist, es stößt denen sauer auf, äh, dass jetzt diese Dinger so günstig angeboten werden, auch wenn sie selber nicht, äh, nicht jetzt quasi die Differenz bezahlen müssen, die Anbieter und Publisher. Mhm, mhm, ja. Aber der öffentliche Preisverfall ist ein falsches Signal, so nach dem Motto. Und deswegen nehmen sie die Spiele raus. Ja. Und das sind so relevante Dinge. Ich glaube, das neue, äh, na, wie heißt es dann? Äh, Bloodlines? Bloodlines zum Beispiel ist verschwunden jetzt, glaube ich, ne, vorübergehend. Ich hab nicht nachgeguckt, aber es soll wohl raus gewesen sein zumindest. Ich weiß nicht, ob es noch draußen ist. Naja, das Problem ist, das, glaube ich, auch. Das Problem ist, dass Epic, ähm, quasi gesagt hat, alle Spiele, die, glaube ich, mehr als 14,99 Dollar oder so kosten, kriegt ihr von uns 10 Dollar billiger. Mhm. Und dadurch wurden halt quasi so Sachen, die eigentlich vielleicht 40 Dollar gekostet hätten, gleich mal für 30 angeboten und so. Und das sind dann eigentlich dann gleich schon mal 25 Prozent. Ähm, klar, ja, es ist, und wir hatten es jetzt erst mit der ganzen Geschichte, dass Ubisoft ihre Keys jetzt irgendwie anders verwalten will, ne, um diese ganzen Key-Seller zu unterbinden und so. Also, ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass da die, äh, die Publisher schon Wert drauf legen, äh, weil, klar, wenn du, wenn du guckst, oh, das gab's jetzt schon mal für 30, dann warte ich halt wieder auf den nächsten Sale, ne, so geht's mir ja auch. Ja, klar, machen doch alle so. Aber das ist natürlich auch, ist ja ein bisschen, ein bisschen jetzt wieder so, das ist Doppelmoral, aber erst gehen alle Publisher gerne hin zu, zu Epic, ne, weil, ne, ein kleines Dorf von, das ist noch nicht so überfüllt, man ist da noch, war noch relativ unter sich, äh, und dann waren bessere Bedingungen mit dem Anteil, was Epic halt einzieht, im Gegensatz über vom, von Wallfalt, ne, und jetzt machen die ja Aktionen da, oh, da ist die Liebe aber ganz schnell erkaltet, dann schlagartig wieder, ne? Ja, naja, gut, aber wenn die das nicht so kommuniziert haben, dass sie das irgendwie machen, dann ist es halt, ne? War auch noch nachträglich, ich hab ein Schreiben von Epic bekommen, dass ich irgendwie jetzt, weiß ich nicht, ich muss mal nachhören, 10 Euro Guthaben oder so habe, weil ich im Zeitraum was gekauft habe und die haben gesagt, machen sie rückwirkend, ja auch, also hätte ich jetzt irgendwie 10 Euro drauf oder so. Oh, ich glaube ja, was du im Mai gekauft hast, ja. jo, 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 jo. Da kannst du dir direkt Hartisch noch von Guthaben holen, weil ich hab in dem Eurogamer-Artikel gestanden, dass das irgendwie 7 Euro kostet aktuell. Ja, ja, genau. Kannst du das noch mitnehmen? Du musst ein bisschen locker drin sein, jetzt, Du kannst ja sogar fast, du wolltest doch auch, glaube ich, eventuell die Observer holen, oder? Weil das kostet jetzt auch aufgrund von dieser Geschichte, mit diesen 10 Dollar kostet das im Moment nur 12,99 oder sowas. Ist das nicht Vorbestellung genug? Das kommt doch erst noch, oder? Ja, das ist eine Vorbestellung, aber ich sag's kurz. Falls, falls, falls ich, falls ich gewissenlos genug bin, meinst du? Ja, genau. Ich hab's ja letztes Mal schon gesagt, es geht um den Informationsauftrag als Podcast-Betreiber. Ja, natürlich. Da muss man auch mal vorbestellen. Solange wir keine Samples kriegen, aber dafür kriegt ihr bald auch ehrliche Reviews so lange. Richtig. Kaufen wir das Zeug. Gebt uns Samples, sonst kaufen wir das. Droh. Gebt uns Samples, sonst geben wir unsere ehrliche Weitzehensspiele. Ja, sonst, nicht wie sonst. Und die sind so gut. Ja, Mann. Okay, wir probieren das nochmal mit der ganzen Geschäfte machen. Genau. Ja, dann war's das schon mit dem, was wir gespielt haben, Segment. Es gibt auch kein Feedback diesmal. Kein Hörer-Feedback. Was? Ja. Geht auch mal eine Woche ohne, ist ja kein Problem. Der Tobi hat diesmal ein Spiel zu verlosen. Ja. Haha. Und zwar, da wir ja gerade von Shops und so gesprochen haben, hat mein Lieblingsshop im Internet eins meiner Lieblingsspiele jetzt im Angebot und da hab ich gedacht und es war auch noch eben runtergesetzt jetzt gleich zu Anfang und da hab ich gedacht, hey, da kauf ich jetzt mal einen Key und verlos den hier im Podcast und deswegen hab ich zu verlosen Spec Ops The Line, ein, ja, ein Shooter, ein Militär-Shooter, der zunächst sich anfühlt wie ein Call of Duty, aber doch noch etwas mehr beinhaltet, wie man später feststellt. Den gibt's jetzt auf GOG.com und ja, wie gesagt, da hab ich's mir in Key organisiert und den verlosen wir hier im Discord. Wir haben einen extra Verlosungs-Channel und da kann man dann mitmachen, da stellen wir das rein und ja, da könnt ihr euch einfach eintragen, wir lassen's eine Woche laufen und dann machen wir die, geben wir den Gewinnern sozusagen bekannt. Ich würde fast überlegen, was wir's lieber zwei Wochen laufen lassen, weil dann können die Leute die nächste Folge nochmal hören, wenn die's irgendwie verpasst haben, diese Folge, dann können die vielleicht nochmal eine Chance haben, oder? Ja, ist eine gute Idee, okay. Ich hab's auch lieber so gemacht, genau. Im Discord steht dann auch genau, wie lange das Ding läuft, also wir haben diesen Bot, der verlost das dann ganz objektiv oder zufällig sogar, der kann nicht beeinflusst werden ja, und der macht das gut. Der macht das super, guter Bot. Richtig. Genau, also wer Lust hat auf Spec Ops The Line, einfach mal mitmachen und mal gucken, kann ich empfehlen, ist ganz eigenes, hat nicht umsonsten ziemlich legendären Ruf übrigens. Ja, genau. Es ist sehr cool, ich werde auch, ich werde dazu ein Video auch mal im Discord in den Channel stellen und das wird man wahrscheinlich dann auch verlinken, eine Analyse dieses Spiels vom, ich weiß gar nicht mehr, wie der YouTuber jetzt geheißen hat, aber auf jeden Fall ein sehr cooles Video, inwiefern Spec Ops eine Dekonstruktion von Videospielen allgemein ist. Alter, jetzt ist er auf einem Niveau, jetzt ist er angekommen. Das ist echt ein cooles Video und ich finde, er hat, also das stimmt schon, was der da so erzählt über Spec Ops und die Intention und so und übrigens außerdem von dem deutschen Entwickler auch noch, ne, Spec Ops. Jager. Genau. Jo, also insofern, cooles Spiel, mitmachen, gewinnen, Spiel. Ich habe es selbst auch noch nicht gespielt, aber ich darf ja nicht mitmachen. Wieso? Der Bot ist doch unparteiisch. Ja, dann gibt es von mir nächste Woche ein Video. Ne, man kann, man kann vielleicht noch dazu sagen, ich denke mal, der Großteil der Zuhörer dahinter spielt, man hat es vielleicht sogar schon, aber es ist ein Third-Person-Shooter. Ja, habe ich das nicht gesagt? Du hast nur Shooter gesagt, ich dachte, ich füge doch mal. Okay, ja, es ist ein Third-Person- ja, Shooter. Das Wort ist Shooter. Ich habe jetzt überlegt, ob ich noch irgendwas anderes sagen kann, weil das ist zu blöd. Ein dritter-Person-Schießspiel, ja? Genau. Wir sind wirklich eloquent. Mit militärischem Thema. Oh Gott, lass uns weitermachen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den News. Da gibt es diesmal relativ wenig, was wir drin haben. Zum einen, was eine relativ unerwartete Meldung war, ist, dass Sony und Microsoft jetzt in Zukunft kooperieren werden in Sachen Cloud Gaming. Die wollen anscheinend ihre Ressourcen, die die haben, ein bisschen zusammenlegen und reden halt von einer strategischen Partnerschaft. Und das soll halt zum einen das Streamen von Spielen und Inhalten ermöglichen und zum anderen und zum anderen soll es aber auch zum Beispiel neue Kooperationen bieten in Sachen Bildsensoren oder künstlicher Intelligenz oder ist zumindest möglich. Also man weiß noch nicht genau, was sie da jetzt letztendlich genau vernutzen und wie sie es umsetzen, aber diese Sachen stehen halt im Raum. Da soll es unter anderem gehen um den Cloud-Dienst von Microsoft, dieses Azure, denke ich mal, spricht man das aus? Azure, du hast gesprochen, Azure, Microsoft Azure. Okay, ja. Das ist quasi die ganzen, was es AWS ist oder AWS von Amazon, Azure, alle möglichen Dienste halt hast du da in der Cloud, das kann alles mögliche sein mit Office-Umgebung, Domain-Services, hast du nicht gesehen. Da gibt es ganz viel Krams und ja, das wollen sie jetzt quasi auch Sony an dienen, dass die auch das quasi darüber machen und das ist schon ein bisschen überraschend gewesen, diese News. Ja, genau. Sorry, und Sony will dann wohl davon profitieren, dass eben sie auch Spiele und Medien alte streamen können und dass sie auch eben auf die Technologie von Microsoft zugreifen können und anscheinend hat der Sony-Chef gesagt, haben die früher schon oder in den letzten Jahren schon zusammengearbeitet. War euch das bewusst? Mir war das gar nicht klar. Ich dachte, das sind knallhacke Konkurrenten und die sind sich spinnefeind. Ich glaube, ich habe das schon mal gehört, allerdings, also, das ist ja nicht unbedingt im Spielebereich. jetzt so. Es ist ja eher so im Technologiebereich, weil, also, sowohl Microsoft als auch Sony machen ja viel mehr als nur Spiele und insofern glaube ich, ist das auch, es wurde jetzt eben, weil es jetzt eben auch um Spiele geht und um Cloud Gaming und so, wurde das natürlich aufgenommen mit HUSA-Kooperationen, Sony-Microsoft und so, weil sie halt im Konsolenmarkt so dermaßen miteinander konkurrieren. aber ich glaube so, ob wir so wahnsinnig viele Auswirkungen davon so schnell irgendwie wirklich am Endkunden sehen werden, da wäre ich mir jetzt mal gar nicht so sicher. Also, was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass irgendwie auf kurz oder lang alle Sony-Exklusiv-Titel auf Windows auskommen oder irgendwas. Nee, nee, nee. Das auf gar keinen Fall und ja, also, ich glaube, wenn, dann wird man das in relativ subtiler Art und Weise wahrnehmen. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da plötzlich irgendwelche Superprojekte entstehen, die direkt, die der Endkunde direkt sieht. Genau, und zumal es ja, wie gesagt, in der Vergangenheit auch schon der Fall war und ich habe davon noch nie gehört. Ich dachte immer, die machen gar nichts zusammen und die schirmen alles voneinander ab, sozusagen. Ja. Ich meine, es macht auch insofern Sinn, dass diese, weil Sony und Microsoft beide jetzt nicht unbedingt alleine in Positionen stehen, wo sie, so wahnsinnig gut konkurrieren können mit den wirklichen Giganten wie Amazon und Google in dem Bereich Online-Infrastruktur und sich da zusammenzuschließen, ist sicherlich, sagen wir mal, strategisch nicht ganz schlecht, wenn man über mittelfristig da am Leben bleiben will, so ungefähr und sich nicht von denen abhängig machen will. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Hintergrund, könnte ich mir vorstellen. Ja, genau. Darauf wollte ich auch noch hinaus. Ich denke auch, dass das eine Rolle spielt, eben durch die Ankündigung von Stadia zum Beispiel und einfach dadurch, dass die halt auch in den Markt vorschlossen wollen mit Google und Amazon, dass man versucht, sich da ein bisschen selbstunabhängig aufzustellen. Ja, aber ja, trotzdem interessant, dass genau die beiden jetzt quasi da zusammengekommen sind. Das stimmt, genau. Dann geht's noch mal weiter mit Microsoft und zwar haben die eine große Ankündigung gemacht. Minecraft Earth, ein neues AR-Game für Smartphone. also AR, sowas wie Pokémon Go, dass man halt die echte Umwelt hat und dass dann da bestimmte Sachen reinprojiziert werden und es soll eben ein Minecraft-Spiel sein, wo man quasi mit dem Smartphone dann in der Umwelt Dinge verändern kann oder auch ganz normale Minecraft-Dinge machen kann, wie zum Beispiel sich in die Erde buddeln und irgendwelche Mineralien abbauen oder dann eben bestimmte Sachen bauen kann, sein Inventar erweitern kann, Sachen finden kann. Also es gibt so verschiedene Elemente des Spiels. Also einmal sprechen die von so einer Overworld, wo du eben diese Sachen machen kannst, die ich gerade genannt habe. Dann gibt's so einen Adventure-Teil, wo man ja irgendwie so ein kleines Projekt starten kann, was in die Welt projiziert wird und wo du dann eben auch wieder Sachen erledigst. Keine Ahnung, ich hab das noch nicht so genau verstanden, weil es nicht so genau explizit erwähnt wird, also was man da genau macht. Und dann soll's zum Dritten noch so Build-Plates geben. Das heißt, ja, da kannst du eben selber was bauen und du kannst da auch dementsprechend rauszoomen, also kannst theoretisch dir auf dem Schreibtisch vor dir, kannst du über dein Smartphone dir was hinprojizieren und dann kannst du das auch mit anderen Leuten teilen. Also es ist nicht wie diese Pokémon-Erfahrung, wo du dann tatsächlich ja, andere Leute nur lokal treffen kannst und mit denen was machen kannst, sondern du kannst auch deine Sachen online sharen, andere können da irgendwie dann teilhaben und das betrachten und so. Also es soll ein bisschen einfacher sein, da mit anderen zusammenzuspielen oder mit anderen zusammenzukommen. Also man muss nicht immer draußen unterwegs sein, was ja vielleicht für die Gamer gar nicht mehr schlecht ist. Ja, also ich hab was nicht verstanden. Entschuldigung, wir legen jetzt mal los. Sorry, eigentlich hast du angefangen, aber nee, ich sag's auch ziemlich schnell. Also hab ich das jetzt richtig verstanden? Also man muss sich das vielleicht so vorstellen, zumindest in diesem Build-Dingens, dass du, also du hast die echte Welt, die siehst du durch dein Smartphone, wenn du da so durchschaust, wie halt bei Pokémon Go auch, und dann hast du quasi Minecraft-Gebilde rein projiziert. Und die kannst du bauen, dann kannst du die halt mit anderen teilen, sodass wenn andere zu dem selben Punkt gehen, dann sehen die das quasi auch, was du da gebaut hast. Ich denke schon, aber es muss halt auch nicht notwendig sein, zu dem Punkt zu gehen. Also du kannst dir das halt auch dann online einfach anschauen. Okay, aber wenn du quasi dorthin gehst, weil das wäre ja eigentlich der Witz dran, dass du quasi, dass du baust was da mal auf einem öffentlichen Platz irgendwo am Brandenburgator oder so. Ich habe es so verstanden, also erstmal gibt es einen Modus, da sammelst du erstmal Rohstoffe. Das ist quasi wie du die Pokémon so aufstöberst. Also bestimmte Rohstoffe, gerade seltene Steine und sowas, können überall in der Gegend irgendwo verteilt sein. Die kann man wohl dann wohl finden auch. Das ist dann quasi wie dieses Pokémon aufstöbern. So, das sind deine Baumaterialien, die du auch dann zusammensammelst. Du kannst dann bauen, das Bauen kannst du zum Beispiel bei dir zu Hause auf dem Wohnzimmertisch machen quasi, indem du das Smartphone draufhältst, was mal so ähnlich mal angezeigt wurde bei der E3 mit dieser HoloLens-Brille. Ja, nur halt haben sie wahrscheinlich gedacht, ja, das ist wahrscheinlich besser zu machen mit einem modernen Smartphone, das dann jeder hat. Es muss schon ein Smartphone sein, ich weiß nicht, wie viele Achsen das sein müssen, was ziemlich gut die Bewegung im Raum erfassen kann. Weil es ist ein bisschen anspruchsvoller als mit der Pokémon-Geschichte. Die ganzen Klötze müssen ja irgendwie dann auch halbwegs ordentlich gemappt werden und hast du nicht gesehen, ist klar. Gut, dann kannst du jetzt zum Beispiel ein größeres Objekt da bauen auf deinem Wohnzimmertisch. Dann kannst du das Ding wohl nehmen, kannst du es wieder zum Beispiel draußen bei dir auf dem Garten jetzt wieder hinsetzen und kannst es auch wieder skalieren, wo hochsgelehnt ist, dass es dann groß wird und sowas oder auf einem anderen öffentlichen Platz und dann könntest du dann drinnen rumlaufen, rein theoretisch auch und sowas. Also das soll aber auch so ein Feature sein. So habe ich das verstanden, wie es abläuft. Da müsste dann ja relativ hart administriert werden, weil das ist ja nicht ungewöhnlich, dass ich wollte gerade sagen, wie viele Penisse in den Central Park passen. Du wirst vielleicht davon berichten, ne? Ich werde, ich werde, ja, also, ja, das könnte ein bisschen strange werden. Ja, da muss halt tatsächlich dann wahrscheinlich alles abgesenkt werden oder so. Oder man ist darauf angewiesen, dass Leute das melden und dass man es dann wieder lasht. Aber ich glaube, das können die sich nicht erlauben. Ich glaube, die müssen dann wirklich irgendwie da das administrieren. Ansonsten könnte das tatsächlich ein Problem werden. Oder die brauchen so eine Technologie, die direkt erkennt, wenn ein Fall aus dem Wohne gebaut wird. Genau, genau das gleiche habe ich mir auch gerade gedacht. Künstliche Intelligenz zum Erkennen von Penissen. Oh Mann, also, wenn die das brauchen, ich gehe und arbeite für Microsoft und entwickle das. Weil du den ganzen Tag vorsehen wirst. Einfach nur, einfach nur damit, wenn mich mal irgendjemand fragt, und was ist dein Job? Das kann ich hart warten. Im Lebenslauf. Ich habe 20 Jahre lang, war ich derjenige. Ich entwickle eine künstliche Intelligenz, die Penisse erkennt. Ich habe jetzt so viele Fragen, so viele Antworten, aber ich lasse beides zurück jetzt hier an dieser Stelle. Aber die Idee ist cool. Also, ich glaube, das könnte ganz schön abheben, so was, wenn es richtig vermarktet ist. Das könnte ich auch mir vorstellen, dass das ziemlich abheben könnte. Vielleicht ist das ja der Masterplan, der dahinter war, als sie Notch die ganzen Milliarden bezahlt haben. Vielleicht. Wer weiß. Also, ich glaube, dass sie tatsächlich durch Pokémon Go eher drauf gekommen sind, aber Pokémon Go hatte ja immer so ein bisschen das Problem, dass es eben nicht als richtiges Spiel anerkannt war. Ja, ja, ja. Dass es eben wenig Gameplay hatte und wenig Mechaniken hinter dem Standard-Ding so. Und hier sieht es ja tatsächlich so aus, also ich meine, Minecraft, das ist ja wie Lego. Klar, du hast diese ganzen Sammleraspekte und so, aber du kannst eben auch dich einfach kreativ ausstoben. Und das ist ja eigentlich das, glaube ich, was Minecraft auch bis heute so erfolgreich immer noch macht, obwohl es so scheiße aussieht auf Deutsch gesagt. Das ist halt, ja, eine gute Voraussetzung. Und dadurch, dass es eben so simplifiziert ist, kannst du es wahrscheinlich auch relativ gut in die Umwelt dann einbinden und so. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja. Das könnte groß werden. Denke ich auch, ja. Und, ja, weiter heißt es auf jeden Fall, dass das Ganze ein Free-to-Play-Game wird für Android und iOS. iOS. Und es wurde bisher noch nicht so richtig gesagt, wie das Ganze monetarisiert werden soll, aber es hieß schon, dass es keine Lootboxen geben wird, kein Pay-to-Win und kein Time-Gating. Also, dass man irgendwie, keine Ahnung, nur Diamanten abbauen kann alle zwei Stunden oder das zwei Stunden dauert oder so. Also, da soll es so etwas nicht geben. Warten wir mal ab bis zum letzten Ende, ob es wirklich so bleibt, aber das klingt ja schon mal gut. Und weiter heißt es, dass man, ironischerweise, kann man das Ganze nicht auf Windows-Devices nutzen, also auf Windows-Geräten, denn das wird abhängig sein von Apples und Googles Augmented Reality-Software. Ja, klar. Das wird ganz lustig gespricht. Ja, aber es ist eigentlich, das heißt, seltsam, es spricht wieder dafür, was wir in der Vergangenheit auch schon gesagt haben, es geht Microsoft eigentlich immer weniger um die Plattform oder sowas, sondern um den Dienst als solchen, den sie anbieten, immer, egal wo er läuft. Das ist ja so eine Konstante in den letzten Jahren jetzt immer zu beobachten ist. Aber ich finde das trotzdem interessant, weil Microsoft ja eigentlich schon gerade dieses Augmented Reality sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hatte, also mit ihrer HoloLens und so weiter und so fort. Und jetzt müssen sie trotzdem zu Apple rennen. Ja, aber was sollen sie machen? Die AR-Brille wird immer noch viel zu teuer sein und in der Praxis nie soll es alle auf die Nase haben. Das war der einzige Punkt, die war ja, um die Smartphones zu gehen. Ja, es geht mir aber auch nicht darum, dass die Leute jetzt irgendwie die HoloLens dafür brauchen sollten, sondern einfach nur darum, dass man davon ausgehen sollte, dass Microsoft eine gewisse Expertise in AR selber hat in der Zwischenzeit, wenn sie doch versuchen, da das Zeug zu entwickeln. Ja, finde ich unruherisch. Das ist jetzt schon ein bisschen. Soll ich auch so. Ja, aber wirklich, tun sie doch selber. Sie nutzen doch nur die Geräte dafür, die das AR-Eck drin haben. Das ist doch logisch, dass sie das dann von denen dann nutzen. Ja, aber du kannst dich auch gar anders rüberziehen. Du müsstest schon das nehmen, was da in den Geräten halt benutzt wird an Framework. Ist doch schon ein bisschen strange, dass das auf Windows-Geräten dann nicht funktioniert gerade. Weißt du, das finde ich schon eigentlich. Genau. Ja, welche Windows-Geräte hast du denn, mit denen du im Geraden rumlaufen willst? Ja gut, die Windows-Phones wurden ja, glaube ich, eingestellt. Die sind eigentlich weg. Die kannst du abhandeln, da war das schon auch abgehakt. Also wieder weg. So, bleiben höchstens sowas wie ein Surface oder so übrig. Und das sind eher schon, also ich habe auch ein Surface, das sind schon ein bisschen schwere Tablets, die habe ich nicht so unbedingt da draußen rumschleppen oder sowas. Das macht man nicht. Und das, also eigentlich bleiben de facto doch wirklich nur die leistungsfähigen Smartphones übrig und da haben sie nichts mehr schlicht und ergreifend. So, das ist die mal durch. Ja, fair enough. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja gut, dann ergibt es natürlich Sinn. Ja und zum Schluss heißt es noch in dem Artikel hier, den wir natürlich verlinken, dass die Close Beta in einigen amerikanischen Städten im Sommer starten soll und dann natürlich irgendwann folgen soll in der ganzen Welt, aber da ist nichts. Oh, das startet bestimmt bei uns. Wahrscheinlich. Da kann ich mal gucken. Wenn das bei uns raus ist und wirklich Free-to-Play ist, dann schaue ich mal. Dann kannst du quasi von Anfang an erleben. Ich baue den allerersten Penis in Central Park. Ja, du machst, wenn du jetzt diese Aufläuferung wieder was für Pokémon zur Hochzeit, Pokémon Go, als die Leute da quasi auf der Straße dann Stau waren, weil die aus Autos gesprungen sind, dann bist du live dabei, machst du uns eine Live-Schaltung oder machst du eine Aufnahme, so voll dramatische mit Polizeiserien im Hintergrund und so und ja. Da machen wir einen Video-Podcast. Oh, sehr gut. Die Festnahme von Mr. Ford. Mr. Ford. Es war kein entsprechender, ja, im Garten zu finden. Ich habe selber einen gebaut und dann. Ja, da gibst du den Hetzel. Es geht jetzt. Net Scientist bei Impulse Giant Penis in Central Park. Können wir gleich in unserem neuen Discord-Channel Not Safe for Work ins Reinschlagen? Ja, genau. Ja, dann müssen wir mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, wie wir schon gesagt haben, das wird wahrscheinlich gut abheben. Mal gucken. Dann geht es weiter mit einer Meldung zu Ubisoft. Und zwar wurde angekündigt, dass in diesem Fiskaljahr, also bis Ende März 2020, noch drei Triple-A-Spiele erscheinen sollen, die unangekündigt sind. Also, wir hatten ja letzte Woche schon über das neue Ghost Recon gesprochen, Breakpoint. Das ist ja schon angekündigt und zusätzlich sollen noch drei weitere Folgen, also drei verschiedene Spiele. Ja, da kann man jetzt nur ein bisschen spekulieren. Also, es gab Hinweise und Verdacht auf Watch Dogs 3. Das halte ich für sehr realistisch, muss ich sagen, weil da hat man schon öfter was gehört und das ist ja eine Marke, die jetzt auch ganz erfolgreich lief. Der zweite Teil wurde ganz gut aufgenommen, trotz seines etwas überdrehten Settings. und es wäre eigentlich nur logisch, wenn das weitergeführt wird. Wurde der gut aufgenommen? Erzähl das jetzt mal, aber ich habe erst überrascht, dass es einen Teil 3 überhaupt geben soll, weil ich hätte mal gehört gehabt, Teil 2 hat sich überhaupt nicht so gut verkauft und dass eigentlich die Marke, also ich war echt überrascht, dass überhaupt noch was kommt, ehrlich gesagt. Das war jetzt auch mein Eindruck, dass Teil 2 wirklich nicht so gut angekommen ist. Oh, ich habe jetzt tatsächlich gerade von Rezensionen und sowas gesprochen. Also finanziell, habe ich immer gehört gehabt, das lief eigentlich ergeblich nicht so, also zumindest nicht der Erwartung entsprechend, was immer das heißen mag, das ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Deswegen hatte ich eigentlich Gedanken, die Marke ehrlich gesagt abgehakt, nach zwei Teilen. Okay. Also ich kann das auch, weil Watch Dogs 1 ist ja, sagen wir mal, kam noch ganz gut an, aber hat schon total viel einstecken müssen wegen diesem Trailer damals, der ja irgendwie so viel besser war als das Spiel dann. Und außerdem war der Protagonist und so irgendwie ein bisschen komisch, bla bla bla. Und dann haben aber alle gesagt, naja, pass auf, das ist Ubisoft, das ist das erste Spiel ihrer neuen Marke, schau dir an, was mit den anderen Marken war, Assassin's Creed und so, die brauchten auch immer alle erst ein Spiel, um reinzukommen. Also warten wir mal auf Watch Dogs 2. Und dann kam Watch Dogs 2 und dann war das zwar vom Gameplay her um einiges besser anscheinend, aber die Charaktere und die Story müssen halt wirklich unter aller Sau sein. Ich hab's noch nicht gespielt, ich hab's mir letztens erst gekauft für 8 Dollar oder so. Ich auch. Ja, ja, ja. Für ganz, ganz wenig Geld zu haben. Genau, aber ich hab's noch nicht installiert oder irgendwas. Und, ähm, ja, deswegen kam's nicht so gut an. Allerdings würde ich jetzt nicht so weit gehen wie Uli, der sagt, er hat's schon abgeschrieben. Abgeschrieben hatte ich's nicht, weil ich weiß, dass Ubisoft sich gerne trotzdem an ihren Marken, an ihren Marken so ein bisschen festklammert. Also, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass ein Watch Dogs 3 noch kommt. So ist es nicht. Ja. Gab's nicht irgendwelche Gerüchte, dass London irgendwie das Setting sein soll und so? Da war doch irgendwas. Mhm, das stimmt, ja. Ich geh davon aus, dass es noch kommt. Also, normalerweise ist es ja heute so, dass wenn eine Marke erstmal aufgebaut wird, dass die Leute schon oder die Entwickler schon versuchen und die Publisher sich daran zu klammern und das Ganze weiter auszubauen. Selbst wenn's erstmal ein Misserfolg ist. Denn es ist schon etabliert und ich, ja, ich geh stark davon aus, dass es das sein wird. Dann hieß es hier in dem Artikel, den wir haben noch, dass es eventuell Splinter Cell sein könnte. Das wär cool. Ja, warum nicht, ne? Ist ja eine Interbete-Marke auch. Fänd ich schon gut, wenn sie nochmal wieder ein Splinter Cell machen. Und das dritte, ich mein, Assassin's Creed Aknarok, falls das dann wirklich so heißt und so. Stimmt, ist ja noch nicht angekündigt. Ist noch nicht angekündigt, ne? Also, könnte man da auch noch mit dazu zählen, vielleicht dann, wenn es im Finanzjahrs kommt. Ja, mir wär auch nichts mehr eingefallen zum dritten. Ja, das wär auf jeden Fall schon möglich. Es würde aber heißen, dass das aber bis 2020 noch rauskommt, ne? Das wär halt die Frage, was jetzt damit ist. Ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt haben. War das? Stimmt, das sollte 2020 erscheinen. Naja, das sollte 2020 erscheinen und normalerweise ist es ja immer relativ spät, aber es kann natürlich sein, dass es einfach der Zyklus mal ein bisschen gebrochen ist. Wer weiß, muss man mal gucken. Weil Scarlet Bones wurde verschoben, also erstens ist es schon angekündigt und zweitens wurde das auch verschoben auf 2020, glaube ich jetzt, ne? Genau. Äh, ich glaube, nicht vor April 2020 hieß es. Ja, genau. Auch kein E3-Auftritt. Also, mal sehen, ob das da bei Verschiebung 2020 bleibt. Das klang eher so, wir müssen da nochmal ran oder nochmal vielleicht ein bisschen anders aufstellen, das ganze Ding. Vielleicht dauert es ein bisschen länger. Das würde für mich auch Sinn ergeben, weil was Gun & Bones in der E3-Geschichte, die wir letztes Jahr gesehen haben, wirklich gefehlt hat, war hier so Boarding, ne? Dass man die anderen Schiffe entern kann und so. Das ging ja alles nicht und ich finde, das gehört schon bei so einem Piratenspiel mit dazu. Ja, das stimmt. Da würde mich nicht wundern, wenn sie versuchen, das noch irgendwie mit reinzubasteln. Ja, was hat Ubisoft denn sonst noch so an AAA? Far Cry natürlich, aber ich glaube, das wäre ein bisschen früh. Ansonsten Steep, das letztes Jahr gratis war oder aktuell vielleicht sogar noch gratis ist im Ubisoft-Store. Aber bei dem würde ich jetzt wirklich davon ausgehen, dass kein zweiter Teil kommt. Ja, ist auch nicht und wenn sie vor hätten, eins anzukündigen, hätten sie Steep nicht jetzt kostenlos gemacht, sondern dann, wenn sie es ankündigen. Wie heißt da nochmal die Rennspielreihe von Ubisoft? Die haben daraus so ein Ding? The Crew. Genau, The Crew. Aber da kam erst der zweite Teil raus, oder? Ja, ist auch schon was fair mittlerweile, oder? The Crew 2? 2, was ich so alt ist, ist auch wieder nicht. Ja gut, aber das wäre das so ein Ding, was man durchaus jährlich machen kann. Also, ich, boah, wann kam das denn? Das war doch jetzt schon ein bisschen länger her. Ich guck mal, ne? Ein paar Monate vielleicht, oder so. 29. Juni 2018. Oh, so lang schon? Echt? Ja. Von daher wird das schon passen eigentlich für den neuen SoCode. Und wenn das erfolgreich genug war, und ich, ja, denke mal schon. Ah, wisst ihr, worauf ich lust hatte? Auf ein neues Hawks. Oh, okay. Ja. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass da noch alles kommt. Das Genre ist ziemlich tot, Das ist ja schon das, ein Wunder, dass es Ace Combat erschienen ist davon. Also, es würde mich, es würde mich total wundern, wenn es kommt. Aber Lust darauf hätte ich, ich fand die Hawks-Spiele ganz cool. Allerdings habe ich sie nie, die hatten ja dieses komische, hat das einer von euch gespielt, Hawks? Nee, leider nicht. Weil die hatten ja dieses komische System, dieses Steuerungssystem, wo du das Flugzeug von der Seite gesehen hast, und dann irgendwie so komisch steuern solltest, und das habe ich nie gecheckt. Ich habe es immer in der Verfolger- oder Cockpit-Perspektive mit Joystick gespielt. Also, wie eine... Also, so eine Art Action-Camp sozusagen von der Seite dann, oder wie? Ja, ja, genau. So eine Action-Camp, die dann quasi dich und das Flugzeug, was du gerade verfolgt hast, irgendwie mit eingefangen hat. Aber ich habe das... Ich konnte da meine Steuerung nicht umsetzen auf das, was am Bildschirm passiert. Das war sowas von verwirrend. Und deswegen habe ich es immer in der normalen Perspektive gespielt. Aber da war es cool. Also, es war halt so eine total arkadige Flugsimulation, was ich sehr lustig fand. Ja, das war ja so mit modernen Kampfschets, die wahrscheinlich sich auf lustende Kilometer abschießen können, aber die dann irgendwie in Dogfights gegangen sind. Genau, genau, genau. Und halt mit so einer richtig schönen, assigen Tom Clancy-Story. Ja, vielleicht ein Hawks VR. Wobei, bisher hat Ubisoft noch kein VR gemacht, ne? Und ob man VR als AAA bezeichnen darf, ist dann auch die Frage. Ja, Ubisoft hat noch so ganz eigene VR-Spiele, so Eagle Flight und sowas, aber das kennt sonst kein Mensch. War nicht dieses... Star Trek, war das nicht auch von Ubisoft? Ja, tatsächlich, ja, Bridge Crew. Ah, Bridge Crew. Ist von Ubisoft. Ja, sie haben schon ein paar VR-Sachen, aber... Nee, aber davon gehe ich nicht aus. Also, ich gehe tatsächlich davon aus, wahrscheinlich Assassin's Creed, ja, Watch Dogs 3 kann gut sein und vielleicht ein Splinter Cell würde ich mir auch hoffen. Also, ich tippe eher auf The Crew als auf Splinter Cell. Mal schauen. Na gut, wir werden sehen. Gut, das waren die News. Diesmal kurz und knapp. Und dann kommen wir zu Rage 2. Ja, ich habe mich, nachdem ja schon einige Trailer und so gezeigt wurden vor einigen Monaten, habe ich relativ schnell beschlossen, okay, ich werde mir jetzt kein weiteres Gameplay anschauen und auch mich nicht mehr groß dazu einlesen, sondern mir das Spiel einfach holen und dann im Podcast dazu erzählen und quasi ohne zu viel Vorwissen einfach in das Spiel rein stolpern. Ja, was ist Rage 2? Es ist ein First-Person-Shooter. Darf ich mal? Und dann hast du den Test bei PC Games gesehen und hast dir gedacht, oh shit. Ja, ich habe vorhin schon mal kurz reingeschaut in den Test. Ich habe ihn tatsächlich nicht zu Ende gelesen. Ich wollte mir eigentlich noch einen Überblick verschaffen, aber ich habe zumindest die Überschriften gelesen. Ich hoffe, das reicht. Okay. Ja, also es ist ein First-Person-Shooter in einer Open-World, wie auch der Vorgänger und gleichzeitig mit einer Fahrzeugkomponente, wo man dann in der Third-Person eben mit Fahrzeugen rumfährt, die auch schießen können in diesen Wastelands. Ja, der erste Teil war ja recht limitiert, was die Open-World angeht, also es war noch deutlich geführter und hier ist es jetzt ein bisschen offener, die Welt. Es gibt so verschiedene Biome oder Klimazonen sozusagen, also es gibt Wüstenbereiche, dann gibt es Dschungel, gemäßigt, also es ist alles relativ karg trotzdem, aber es ist, außer bis auf den Dschungel, aber es ist halt schon ein bisschen abwechslungsreicher als der erste Teil. Und das Ganze beginnt damit, dass man in seiner, ja, in seiner, in seinem Heimatstadt oder in seinem Wohnort da angegriffen wird von den Truppen von, ja, wie heißt der, General Cross, das ist der, ja, das böse Oberhaupt, das schon im ersten Teil so der Strippenzieher war und gegen dessen Truppenmann angetreten ist und, ja, der überfällt eben die Siedlung und man hat natürlich nur ein Ziel, man möchte sich rächen an ihm. Und, man wählt zum Spielanfang aus, ob man Mann oder Frau spielen möchte, das finde ich ganz cool. Ich habe mich für den Mann entschieden und die sind auch beide voll vertont, habe ich vorhin schon kurz gesehen. Und ich habe kurz das Testvideo angespielt von Felix Schütz und da habe ich gesehen, dass anscheinend in der deutschen Version die Frau von der Bart-Simpson-Stimme gesprochen wird. Also, ich denke, es war die Frau, da war ich jetzt nicht so ganz sicher, weil er das nicht explizit gesagt hat in dem Video, wen er gewählt hatte. Aber Bart wird ja von der Frau gesprochen. Ja, also das fand ich schon sehr strange. Ich finde das immer sehr befremdlich, wenn man so Stimmen hört, die man irgendwoher kennt, weil sie eben so bekannt sind, aber dann, die dann irgendwo anders zusortiert werden. Aber die klangen dann da auch so wie Bart? Ziemlich, ja. Du musst ja mal das Testvideo machen. Okay, krass. Das ist ziemlich zu Anfang auf jeden Fall. Oh, yeah! Das ist noch besser, als ich dachte. Ja, ich habe den Test gelesen, aber ich habe das Video nicht gesehen. Hm, naja, okay. Übrigens ein recht langes Testvideo wieder, 15 Minuten oder so. Finde ich ganz cool. Das war ja bei den Wettertrimsion 2-Videos auch schon, dass sie da relativ viel Zeit reingesteckt haben. Finde ich ganz nett eigentlich. Ja, sie machen es ja eigentlich, ich glaube, sie machen es in der Zwischenzeit oft so, dass sie tatsächlich den Testtext eigentlich in Videoform nochmal einlesen, so ungefähr. Also ich hatte mir das bei, wo waren das? Bei irgendeinem war es letztens so, dass mir das direkt aufgefallen ist. Ja, finde ich aber ganz schön, weil, also ich brauche jetzt nicht unbedingt 15 Minuten, aber in der Vergangenheit war es oft so, dass sie echt dann so 4-Minuten-Videos und so hatten teilweise. Und das finde ich schon ein bisschen schade. Also ein bisschen mehr Zeit sollte da schon für verwendet werden oder am Ende sollte ein bisschen mehr Zeit da rumkommen. Deswegen fand ich es ganz cool eigentlich. Ja gut, zurück zum Spielen. Das Ganze hat direkt vom Anfang an so einen thrashigen Einschlag. Ich finde es schwierig zu erkennen, ob das gewollt ist jedes Mal oder ob das ungewollt ist. Also es ist auf jeden Fall schon eher auf Humor gemacht und so ein bisschen abgefahren mit diesen, ja, mit so schrägen Charakteren, die ziemlich schrill sind und eben auch den Story-Elementen, die da eingebunden sind. Das war im Vorgänger auch schon so. Aber ich habe das Gefühl, dass das hier nochmal verstärkt wurde. Was natürlich daran liegen kann, dass Avalanche da jetzt mehr mit rein spielt, die ja generell dafür bekannt sind, dass sie vor allem mit der Just Cause-Reihe einfach ein Action-Feuerwerk und dementsprechend auch das Drumherum ein bisschen abgedrehter gestalten. Ja. Vielleicht war das der Grund dafür. Ja, und der Vorgänger, der Vorgänger war zwar auch schon so ein bisschen so, aber er hat zumindest, ich habe nur mal den Anfang gespielt, ich habe es relativ schnell hat es mich dann verloren, aber zumindest wie das angefangen hat, war es ja doch, hat es irgendwie versucht, sich schon noch so ein bisschen ernst zu nehmen am Anfang. Also du bist da da irgendwie so ein Soldat gewesen, der in so einer Arche aufwacht und so und das war alles noch so ein bisschen so mit Hightech und bla bla bla. Und dann kamen halt so ein bisschen komische Figuren dazu in dieser postapokalyptischen Welt, aber so ganz abgedreht fand ich den ersten Teil eigentlich nicht. Während hier, also schon allein von dem, was man ja aus den Vorschau-Videos kennt, ist es ja richtig krass. Das sind ja alle komplett verrückt. Ja, also das, ich erzähle jetzt mal eine ganz kurze Stelle vom Anfang, aber das ist wirklich kein essentieller Story-Teil. Da ist so ein, direkt als diese Basis überfallen wird, wo man eben lebt, dann kommt so ein riesiger Mutant an, echt haushoch. Und dann unterhält man sich da mit einer der anderen Charaktere und die sagt, hey, da vorne kommt Ranger, so und so. Da kommt halt so ein cooler Ranger in so einer Rüstung auf dem Motorrad angeheizt und irgendwie ist direkt super cool und dann irgendwie schmeißt er das Motorrad auf den Boden und slidet über den Boden und springt so auf diesen Mutanten drauf und alle so, ja, da kommt der und der Mutant beißt ihm einfach den Kopf ab und schmeißt ihn so auf den Boden. Und dann schnappt man selber sich direkt die Uniform und dann irgendwie, hey, was machst du da? Ja, ich ziehe jetzt die Rüstung hier an, aber das steckt noch ein bisschen von dem Typen drin. Das ist so, okay, what the hell? Also, es ist direkt am Anfang direkt super trashig und diese Uniform, die man dann anzieht oder diese Rüstung, die begründet dann auch einen Großteil der Fertigkeiten, die man im Spiel kämmt und bekommt und auch eine Mechaniken, aber da gehe ich später noch ein bisschen drauf ein. ja, und das ist auch so in dem Spiel, wenn man sich zum Beispiel die NPCs anschaut, vor allem in der allerersten Stadt ist mir das sehr negativ aufgefallen, die sind alle ziemlich lahm gestaltet und teilweise ziemlich ähnlich. Also, in dieser ersten Stadt, in der ich war, waren, glaube ich, ich sag mal so, 90% bis 95% der NPCs hatten so Brillen auf, das sind diese typischen Steampunk-Brillen, also so eine Schweißerbrille oder so eine Sonnenbrille oder so ein Weiser, der quasi die Augen mit so einem, ja, wie von Star Trek der Typ, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber er hat so eine Jodie LaForge. Genau. Wie immer bist du absolut souverän, was Star Wars und Star Trek angeht. Ey, er hat Star Trek gesagt und Star Trek gemeint ist. Genau. Ich weiß, dass es ein Fortschritt gibt. Und dann war das tatsächlich in dieser Stadt, das waren, glaube ich, die einzigen drei Brillen, die da waren, ja, bei allen NPCs und die waren halt nur in verschiedenen Farben verteilt, also es wirkte schon richtig billig in der Hinsicht und dann gibt es halt ein paar NPCs, mit denen du sprechen kannst und die haben dann auch teilweise mal keine Brille. Ja, das sind halt die, daran erkennst du einen NPC, der irgendwie ein bisschen wertvoll ist, der hat keine Brille auf dem Gesicht. Echt? Dann bin ich jetzt still, weil ich habe eine Brille, also da braucht man nichts mehr. Ja, und dann holt man sich halt bei den Leuten da Quests ab, also es gibt einmal so Main-Questgeber, die eben auch für die Story relevant sind, also da gibt es namens, oder nicht namensgebend, aber da gibt es drei große NPCs, die eben einem noch später für dich mit verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Verfügung stellen und dann gibt es halt noch so kleine Side-Stories, also dann siehst du da irgendwer in der Stadt an der Wand lehnen, in so einer abgerockten Steampunkstadt, dann quatscht du ihn an und dann sagt er dir, ey, ich habe hier die und die Quest für dich, du musst ihn ansprechen, dann musst du warten, bis er dann seine vollvertrute Quest an dich weitergibt. Manchmal antwortest du sogar, also der Charakter ist zumindest nicht stumm und dann, das ist ganz interessant, also man kann nicht einfach weggehen und sagen, okay, ich habe die Quest und dann muss es sich tatsächlich zu Ende anhören, was für mich schon so eine Geduldsprobe war. Ich wollte dann eigentlich weitergehen, aber ich musste warten. Ja, und du kannst die Dialoge auch nicht abbrechen oder so? Ne, genau, also das ist halt keine Videosequenz dann in der Regel, also bei diesen Nebencharakteren ist das halt, man sich frei in der Welt bewegen weiterhin. Aber wenn du dich eben zu weit von ihm entfernt, von dem NPC, dann sagt er, okay, danke, ciao und dann ist die Quest auch nicht angenommen. Boah, das ist aber ja schon, also ich meine, ich bin jetzt eh jemand, der sich sowas mal anhört und so und das wird mich persönlich nicht stressen, aber ich glaube, das ist für viele Leute ein echtes Manko, sich durch alle Dialoge durchführen zu müssen. Ja, ich habe tatsächlich auch dann später, also das variiert, es gibt ab und zu auch Dialoge, die dann in Videoform sind, aber hauptsächlich ist es dann auch mit den Hauptcharakteren auch einfach ganz normal in der Welt. Und ich habe dann bei mir festgestellt, dadurch, dass ich zwar die Freiheit hatte, mich zu bewegen, aber ihm zuhören musste oder zumindest warten musste, bis er fertig war mit Gelaber, dann habe ich angefangen ein bisschen rumzuhüpfen, habe, keine Ahnung, irgendwelche Items rum aufgehoben, die dann in seiner, in seinem Büro oder wo auch immer rumlagen oder in seiner Zelle, wo auch immer. Ja, und irgendwie habe ich dann oft gar nicht richtig zugehört. Das ist mein altes Problem. Von daher wären, glaube ich, Videosequenzen für mich teilweise besser gewesen. Aber man muss auch sagen, die Story ist zu vernachlässigen. Eben, gerade deswegen, ja. Also gerade dann würdest du dir sagen wollen, okay, ich interessiere mich eh nicht für den Scheiß, den ihr mir gerade erzählt. Lass mich einfach nur die Quest annehmen und fertig. Richtig. Also die Story nimmt sich selbst nicht ernst. Sie ist auch nicht gut präsentiert, soweit ich das bisher gesehen habe. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe im Testvideo von Felix gesehen, dass man das in 5 bis 10 Stunden durchspielen kann. Achso, ja, ich habe den Bethesda Launcher genutzt. Da kann ich leider nicht sehen, wie viele Stunden ich gespielt habe. Aber ich ziehe mein Versprechen durch, dass ich mich jetzt bei jedem Launcher anbiete, den es gibt. Und ich muss sagen, das Interface von bis zuerst der Launcher ist echt scheiße. Also ich würde keinen empfehlen. Ja, das ist wirklich schrecklich. Ich habe den nochmal runtergeladen fürs Creation Set von TES. Ey, man kann doch nicht mal Screenshots machen im Spielen. Das ist doch traurig. FPS-Anzeigen kann man auch nicht. Okay, kann ich mit leben. Kann man auch irgendwie extern machen. Screenshots genauso, aber das ist doch doof schon. Also ich finde, da sind wir wieder bei der Sache, dass man sich doch von der Konkurrenz so ein bisschen was abgucken kann. Genau wie der Epic Store auch. Da kann man nochmal ein bisschen Sachen klauen. Da muss man sich doch nicht für schämen. Aber ein paar Basic Features, das wäre nochmal schön. Naja gut, lass mich davon reden. Ja, wie gesagt, die Story ist zu vernachlässigen, soweit ich das bisher gesehen habe. Aber ich habe auch erst einige Hauptquests gemacht. Ich habe mich dann tatsächlich mehr in diesen Nebenaufgaben verloren. Und das ist so, wie man das typisch in Open-World-Games kennt der letzten Jahre, dass man einfach dutzende Icons hat auf der Karte, die man dann mit seinem Fahrzeug abfährt und wo man dann verschiedene Aufgaben erledigt. Es gibt, wie gesagt, diese drei Haupt-NPCs, für die man Quests erledigt, außerhalb der Nebenquests. Und die haben verschiedene Aufgaben in der Welt, also einfach Sachen, die du einfach aus der Open-World heraus erledigen kannst, für die du dann Erfahrung sammelst bei dem jeweiligen NPC. Also es gibt einen, der ist eher so für Research, also für wissenschaftliche Sachen zuständig. Also der möchte zum Beispiel wissen, wenn irgendwo einer von diesen Rangers gestorben ist, dann möchte der, dass du das erkundest. Wenn du dazu vielleicht vorbeikommst, kannst du halt da hingehen und dann kannst du das Diderpad einsammeln und irgendwie mit deiner Rüstung kannst du dann irgendwie bei dem gestorbenen Ranger kannst du da irgendwas absaugen mit deinen Superfähigkeiten und dann gibst du die Informationen weiter und dann bekommst du halt Erfahrung bei dem. Dann bei der nächsten, die möchte, dass du zum Beispiel irgendwelche Gasolindepots, was ist das, Benzin-Tankstellen erledigst und da kannst du dann bei ihr Erfahrungen sammeln und so geht es halt weiter. Und bei dem anderen ist es, wenn du irgendwelche Sentries ausschaltest oder wenn du Mutanten in ihren Höhlen erledigst, dann kriegst du halt bei dem Erfahrung. Also das sind noch gar nicht mal eigene Missionen, die jetzt speziell dafür gestaltet sind, sondern das sind eher auch so Sammelgeschichten, wie du in der Open World einfach machst und dann irgendwann levelst du da quasi dann auf. Genau und die sind halt immer eingefärbt, je nachdem welcher NPC das anbietet oder bei wem du da Erfahrung von bekommen würdest. Also das ist schon immer klar, bei wem der das was bringen würde. Letzten Endes steigst du. So, und gibt es dann auch irgendwelche richtigen Quests, also so richtige Hauptquests, wo du irgendwo zum speziellen Punkt hingehst, der genau dafür designt ist und wo du irgendwie halt dann tatsächlich irgendwas machst oder gibt es das gar nicht? Doch, doch, das gibt es auch schon. Also ich habe da noch nicht so viele von gemacht. Ich habe bisher vier Stück oder so gemacht. Aber es gibt schon welche, wo das dann eben ein bisschen storybasierter ist und ein bisschen zielgerichteter. Okay. Nur meiner Meinung nach ist das in dem Spiel nicht so wichtig oder wird nicht so forciert. Also wie gesagt, wenn du halt diese Nebenaufgaben erledigst, dann bekommst du bei den Charakteren eine Erfahrung und wenn du im Level aufsteigst, dann bekommst du eine gewisse Anzahl an, ich glaube, Nano-Tries heißen die. Das ist so eine Währung, mit der du bei den NPCs dann leveln kannst und da kannst du dann verschiedene Perks ausrüsten. Also das Spiel hat sehr viele Systeme, die ineinander greifen. Du hast zum einen diese NPCs, bei denen du dann verschiedene Perks freischalten kannst. Das ist dann auch immer wieder levelbasiert und geht dann immer höher und die werden immer teurer. Dann kannst du Waffen leveln, du kannst deinen Anzug leveln und die Fähigkeiten darin leveln. Ja genau, man hat ja verschiedene Fähigkeiten, wie zum Beispiel so einen kleinen Dash, den man freischalten kann, so eine Stampfattacke, die man im Video öfter gesehen hat. Sowas wie so ein Machtstoß, sag ich mal. Oder so ein Boost, so ein Overdrive ist das, wo du halt extrem viel stärker wirst und mehr Schaden anrichtest, schneller schießt und so weiter und so fort. Also es gibt sehr viele Systeme. Man kann die Fahrzeuge aufrüsten und für jedes gibt es eine eigene Währung, die du entweder in der Welt irgendwie freischaltest, die du einfach nur sammeln kannst oder die du kaufen kannst bei NPCs. In der Regel ist es immer möglich, die über verschiedene Wege zu bekommen. Und ich muss sagen, bei mir hat es lange gedauert, bis ich verstanden habe, welche Systeme es überhaupt gibt. Und wer weiß, vielleicht habe ich eins immer noch nicht gesehen. Denn meiner Meinung nach wurden die nicht richtig eingeführt oder ich habe mal wieder nicht aufgepasst, das will ich nicht komplett ausschließen. Aber es gibt einfach super viele Systeme und ich habe tatsächlich, ich schätze mal, ich habe jetzt vielleicht so 15 Stunden gespielt, würde ich mal sagen, vielleicht 20, keine Ahnung. Und ich habe dann tatsächlich auf einmal entdeckt, dass ich meinen Anzug leveln kann und die verschiedenen Fähigkeiten, die ich da drin habe. War mir vorher nicht klar. Und ich habe auch zum Beispiel erst überhaupt nicht gecheckt, wie ich meine Waffen aufleveln kann, weil es einfach eine beschissene Steuerung ist, weil es eine dumme Konsolensteuerung ist. Aber da komme ich später ein bisschen zu. Da kann ich später ein bisschen renten. Ist das in irgendwelchen Menüs versteckt oder was dann alles so? Genau, also dieses ganze Leveln und auch Crafting, was es auch gibt, das wird alles über das Menü erledigt. Genau, also es gibt in der Welt mit Animationen oder so gibt es das nicht. Also Spiel wird pausiert und du erledest ja deine Sachen. Aber würdest du jetzt sagen, also dass diese ganzen Mechaniken, die es jetzt gibt, jetzt wo du weißt, welche es gibt oder sagen wir mal die, von denen du bis jetzt Kenntnis hast, würdest du sagen, dass die dann wenigstens irgendwie gut ineinander greifen und dass das alles so, dass das zusammenpasst und irgendwie sich wie ein großes Ganzes anfühlt oder ist es eher so, wie man das so kennt, irgendwie auch aus manchen Assassin's Creed und so, dass da so Sachen dabei sind, die so aufgesetzt wirken und dann muss das wirklich reinpassen. Man hat selten das Gefühl, dass starke Synergien entstehen. Also ich nenne es mal als Beispiel diese Stampfattacke. Ja, das ist halt, du springst halt von einem höheren Punkt ab, wenn möglich. Also je höher der Fall ist oder je tiefer, desto mehr Schaden machst du und Gegner werden in der Druckwelle weggestoßen oder direkt getötet, je nachdem. Und dann hast du halt die Möglichkeit, das aufzuleveln, sodass es mehr Schaden macht. Dann hast du die Möglichkeit, das zu leveln, dass der Kulam kürzer ist und zum Beispiel, dass die Gegner, das ist dann so eine Black Hole-Sache, dass sie halt zusammengezogen werden in der Mitte, bevor du aufschlägst. Und das ist zwar das Cool, aber das ist auch alles nur innerhalb dieses einen Bounds, sozusagen für diesen Slam. Und natürlich könnte man jetzt sagen, okay, das Synergien geht auch damit, wenn ich dann in der Luft noch eine Granate werfe oder so. Ja, okay, das geht schon, aber es ist jetzt, es fühlt sich nie so an, als dass es designtechnisch genauso ausgerichtet wäre, dass es dann mit anderen Fähigkeiten besser ineinander greift. Also keine guten Kombos oder sowas. Genau, also du, nee, habe ich nicht das Gefühl. Vielleicht kann man das irgendwie ein bisschen besser spielen, aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass es zwar, das Spielgefühl ist toll, ja, die verschiedenen Fähigkeiten eben und die Kämpfe, also das ist für mich das Kernstück tatsächlich, diese First-Berson-Kämpfe, die spielen sich cool und man fühlt sich badass. Das macht Spaß. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ja, wenn ich jetzt hier verschiedene Fähigkeiten und Waffenoptionen kombiniere und verschiedene Waffen-Mods oder so, dass dann auf einmal was super Tolles passiert, was eben eine krasse Kombination ist, die ich mir vorher so nicht hätte vorstellen können oder so. Das ist mir... Fehlt so ein bisschen die Tiefe irgendwie. Kann das sein? So irgendwie in den Mechaniken? Genau, kann man so sagen. Es ist so, dass man diese Fähigkeiten und auch die Waffen, die man hat, die muss man ebenfalls größtenteils erst freischalten. Und da kommen wir ein bisschen zum Pacing und das ist, was ich vorhin auch schon kurz angedeutet hatte. Eigentlich ist es schlauer, wenn man erst die ganzen Nebenaufgaben erledigt, in denen man die Waffen bekommt und in denen man Fähigkeiten bekommt. Denn theoretisch könnte ich das Spiel anfangen und einfach drauf losspielen und wenn ich nie... Also es gibt so Arxen in der Sicht, das sind eben so Relikte aus der Vergangenheit, also eben so abgestürzte Kapseln oder sind das, glaube ich, wo du dann zum Beispiel Waffen drin bekommst oder wo du den Doppelsprung bekommst oder diesen Slam. Also das sind verschiedene Fähigkeiten oder auch Waffen, die du nur über diese Arx freischaltest. Und die kannst du dir entweder... Werden die dir auf der Karte schon angezeigt, du kannst sie zufällig finden oder aber du kaufst von NPCs so Informationen, die dir dann sagen, hey, es gibt da hinten... Gibt es wahrscheinlich eine Arx oder da gibt es irgendwas, was du mal erkunden solltest. Und dadurch, dass ich theoretisch von einer bestimmten Arx gar nicht weiß oder sie vielleicht nicht erkunde aus irgendeinem Grund, dann fehlen mir essentielle Spielmöglichkeiten. Also dieser Doppelsprung zum Beispiel. Wenn ich den nicht bekomme, das ist schon blöd. Ich meine, man kann das Spiel auch ohne durchspielen, das ist mir schon aufgefallen, dass es immer so designt ist, dass du auf diesen speziellen Sprung jetzt zum Beispiel nicht angewiesen bist. Das geht. Aber ich finde halt, gerade bei so einem Spiel, wo das Gameplay so nach vorne gestellt wird und diese coolen Shooter-Mechaniken und diese Bewegungsfreiheit und dieser Flow, der dadurch entsteht, da sollte das eher eingewoben sein in, keine Ahnung, in Spielzeit oder so, dass es nach einer gewissen Weise freigeschaltet wird. Susann, dass du das erwähnst, weil ich habe im Vorfeld mir von irgendeinem Streamer halt so ein Rage 2 Gameplay angeschaut und der hat dann irgendwann auch angefangen, erstmal die ganzen Arcs zu machen, nachher nachher weg quasi, was vielleicht auch nicht seine glückste Entscheidung war, insofern von der Dramatik her, weil es war dann schon arg repetitiv, fand ich das, weil er hat dann einen Arc nach dem anderen gemacht, weil er auch sagte, ja, ich will erstmal die ganzen Fähigkeiten haben und dann diesen Doppelsprung, wo sich ein tierisch gefreut, als er den bekommen hat, wo ich mir dachte, ob das jetzt so gut ist, also du musst dir erstmal sehr repetitiv diese Sachen da durchackern, bevor du wieder zum interessanten Part irgendwie wieder kommst oder so, war zumindest mein Eindruck, also ich war beim Zuschauen dann, das heißt gelangweilt, aber ich fand es dann nicht mehr so pralle beim Zuschauen. Der Felix hat genau das gleiche geschrieben in seinen Test, der hat auch geschrieben, ja, es ist eigentlich, man muss eigentlich sozusagen wissen, was man tut erstmal irgendwie so, dass man diese Arcs erforschen muss und dann ist es eigentlich am schlauesten, die erstmal alle nachher dann da abzuhaken, so ungefähr und das klingt für mich schon mal furchtbar, weil das ist genau das, was ich aus meinem eigenen OCD heraus immer so bei den ganzen Assassin's Creed und sowas normalerweise mache, ist, dass ich erstmal den ganzen Seitenkram abhake, bevor ich mir der Hauptstory weitermache und ich hasse es jedes Mal. Aber macht es doch, ne? Ja, aber man macht es dann doch irgendwie genau aus irgendeinem Grund. Ja, das kenne ich. Und wenn man das dann, wenn man direkt noch dazu gezwungen wird, das ist ja eigentlich nochmal krasse, genau, also jetzt denke ich mir immer, ich kann jahrzeit aufhören, weißt du, wie so typische Süchtige so, ne? Ich mache jetzt über drei Teil drei, also erstmal alle Almanachsseiten sammeln, ne? Ach, ich kann jahrzeit aufhören, wenn ich will, dann mache ich doch Story weiter, dann mache ich doch erstmal alle. Aber da ist es ja so, du kannst ja nicht aufhören, wenn du es wirklich sinnvoll weiterspielen willst oder zumindest beste Erfahrungen haben willst, sagen wir so. Und das Gute ist, wie gesagt, dass diese Args dann auch gekennzeichnet sind, also du musst jetzt nicht jedes Fragezeichen abklappern, sondern in der Regel ist relativ schnell klar, wo du hin musst, damit du das bekommst, zum Beispiel werden dann auch im Inventar, wenn du einen Tab drückst, dann werden dir die Waffen angezeigt und da steht dann, wenn du schon einen Hinweis darauf bekommen hast, dann steht da, das kannst du finden an dem und dem Ort und dann kannst du das auf der Karte raussuchen und einfach hinreißen oder beziehungsweise hinfahrenden Schnellreisepunkte gibt es nicht besonders viele. Aber es gibt irgendwie einen Hubschrauber, ne? Ja, genau, es gibt so ein kleines Fliegding, so ein Gefährt, ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll, das ist so ein Hoverbike sozusagen. Ja, und dadurch, dass man, also ich spiele das jetzt aktuell auch so, dass ich sage, okay, ich mache erstmal hauptsächlich diese Args und sammle mir die Waffen und die Fähigkeiten zusammen, aber das ist natürlich dramaturgisch auch nicht besonders schlau, weil dann hast du natürlich alles, was du freischalten kannst, hast du dann schon relativ früh zum Spiel, aber du hast dann gar keinen Peak mehr, wo du dich noch krass steigern kannst. Du kannst zwar dann die Fähigkeiten und die Waffen noch leveln, aber du kriegst halt nichts mehr dazu, was irgendwie neu ist. Klar, vielleicht gibt es am Ende noch die BFG oder so versteckt, wo man nicht mit gerechnet hat, aber, nee. Die BFG ist ein vorbestellter Bonus. Ich hab da vorbestellt, was ist da los? Ja, keine Ahnung. Oder, ja, nee, oder irgendwie ein, keine Ahnung, es ist irgendein spezieller Bonus für irgendwelche, oder für irgendwelche, die Digital Deluxe Version oder so was. Die BFG ist irgendwelchen Leuten vorbehalten. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall ist das halt, finde ich, dadurch ein bisschen schlecht eigentlich. Das hätte man ein bisschen schlauer lösen können. Der Vorteil ist natürlich, man hat die maximale Freiheit. Also, wie gesagt, im Video dachte der Felix, fünf, fünf, zehn Stunden kann man es durchspielen, da hat er mit Sicherheit nicht alle Args erledigt. Also, da kann man sich dann schon, auch wenn man eben nicht so lange grinden will, auch deutlich früher schon das Spiel durchspielen. Aber eine Frage habe ich dazu noch. Wird es dann, weil normalerweise ist bei solchen Spielen ja das Problem, dass wenn du erstmal dann alle Fähigkeiten hast und alle und das noch und hier noch und dann noch ordentlich irgendwelche Waffen gelevelt hast, weil du jetzt schon so viel Nebenkram erledigt hast, dann werden die Spiele gerne zu leicht. Ist das da auch der Fall? Ja, kann ich so bestätigen. Also, ich hatte erst auf normal angefangen und dann meinte der Julian irgendwann zu mir, ich habe ein Video gesehen hier von Gamestar, die meint, man soll es auf jeden Fall schwer spielen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann stelle ich es halt mal um und dann fand ich es teilweise schon happig, weil man echt viel Schaden frisst. Aber jetzt mittlerweile bin ich schon an so einem Punkt, dass das eben alles kein Problem mehr ist. Dadurch, dass man auch gewisse Regeneration und mehr Widerstandskraft und so freischalten kann, dann geht es tatsächlich relativ schnell, dass man ja, overpowered ist und ich könnte jetzt vielleicht sogar schon mittlerweile den Schwierigkeitsgrad wieder hochdrehen. Also es hat quasi die ganzen typischen Open-World-Probleme, die man so kennt. Genau. Letztendlich. Und die verschiedenen Zonen sind auch so ein bisschen in Level eingeteilt, sage ich mal, also in Schwierigkeitsgrade. Diese ganzen Open-World-Geschichten, die du machen kannst, irgendwelche Encounter, die es da gibt, die werden auf der Karte auch schon mit Level angezeigt. Also es wird von 1 bis 10 gestaffelt und jetzt mittlerweile, wenn ich jetzt so ein Level-3-Ding mache, dann ist das halt ein Klacks und eigentlich nicht der Rede wert und diese Level-10-Dinger sind noch ein bisschen anspruchsvoll, aber alles von, was weiß ich, Level-5 bis 8 ist kein Problem so. Und ja, dadurch ist das bei dem Sinn ein bisschen eigenartig. Ja, aber die Kämpfe machen wie gesagt Spaß. Also das ist, so wie es vorher auch schon aussah, ist das eben das Herzstück, das erinnert sehr an Bulletstorm, was ich leider nicht gespielt habe, aber ich habe jetzt schon festgestellt, okay, vielleicht hätte ich das mal nachträglich spielen sollen, diese neue Version, denn das macht mir sehr viel Spaß. Und es ist auch cool, dass eigentlich jede Waffe hat einen zweiten Feuermodus. Zum Beispiel die Shotgun, die nutze ich ganz gerne, die hat einmal einen ganz normalen Schuss und wenn man dann zielt, also mit der rechten Maus, dass du ihn dann schießt, dann hat die so eine Druckwelle. Das heißt, du kannst zum Beispiel Gegner über Geländer schießen und wenn es hoch genug ist, dann sterben sie auch direkt und so. Und da gibt es halt bei jeder Waffe eigentlich eine optionale Möglichkeit, wie man da Schaden anrichten kann. Und das macht das Ganze recht spaßig auf jeden Fall. Und dann gibt es noch zusätzlich so Mods, die du eben in die Waffen einbauen kannst. Die sind jetzt zugegebenermaßen nicht so speziell. Also das ist dann halt, du kannst schneller schießen, du hast mehr Munition, du machst mehr Schaden. Also das sind eher so graduelle Veränderungen, die einfach nur an Zahlen drehen. Aber da ist jetzt nicht nochmal eine super krasse Fähigkeit irgendwo dabei. Ja, dann hat man, wie gesagt, bei diesem Anzug verschiedene Fähigkeiten. Ja, ich glaube, da gehe ich jetzt gar nicht so extrem drauf ein. Ich muss ja nicht direkt alles spoilern. Aber auf jeden Fall, das Gunplay ist, sagen wir mal, IT-typisch sehr gut. Ah ja, genau. Und es gibt auch, das muss ich trotzdem noch erwähnen, es gibt Granaten und es gibt auch wieder den Boomerang, den es aus dem Vorgänger gab. Der war ja so, ja, ikonisch nicht, aber das war damals schon so ziemlich cool. Die Leute haben das gefeiert. Das ist dieser Wingstick. Und da gibt es jetzt auch verschiedene Upgrades, dass man zum Beispiel automatisch auf Gegner aufschalten kann, dass man den, je nachdem, wie man die Flugkurve bestimmt, indem man die Maus bewegt, kann man auch theoretisch mehrere Gegner erwischen und so. Das ist ganz cool. Also da haben sie sich ein bisschen was einfallen lassen. Und ich muss sagen, die Kämpfe gefallen mir ganz gut. Also es sind hauptsächlich Fernkämpfe, würde ich sagen, also Schusshechse. Aber es gibt dann auch immer wieder diese Mutantenhöhlen, die ja im ersten Teil so ein bisschen berüchtigt waren, weil man sehr oft in diesem Untergrund unterwegs war. Das ist jetzt deutlich weniger der Fall. Und da hat man dann hauptsächlich Nahkampfencounter auf jeden Fall. Aber die Fernkämpfe sind die nicht trotzdem, nachdem was ich so gesehen und gelesen habe, sind jetzt trotzdem, dass du relativ nah rangehst eigentlich, oder? Also du bist ja irgendwie relativ schnell unterwegs und wenn du da irgendwie mit einer Shotgun oder sowas durchgehst, dann klar, es ist ein Schusswechsel, aber es ist trotzdem, ist jetzt nicht so, dass du irgendwie groß am Snipern bist in dem Spiel. Genau, das ist schon alles sehr nahkampfbasiert. Also es gibt jetzt auch keine, soweit ich das gesehen habe, gibt es auch keine Sniperwaffe oder sowas. Vielleicht ist eine davon, die ich noch nicht freigeschaltet habe, eher ein bisschen auf Fernkampf ausgerichtet, aber generell sind das eher kürzere Sstanzen und die Bereiche, in denen du kämpfst, sind auch dementsprechend aufgebaut. Also es ist dann oft so, dass du zum Beispiel, wenn du da irgend so einen Punkt frei befreien willst, dann musst du dich über mehrere Etagen zum Beispiel vorkämpfen durch so eben so Gebilde, die dir da zusammengeschraubt haben aus irgendwelchen alten Wellblechen und dann ist es oft so, dass du zum Beispiel erst den unteren Bereich machst, dann musst du mit dem Aufzug nach oben fahren, dann geht es da weiter und dann machst du nochmal mit einer Seilbahn, fährst du nochmal woanders runter mit so einer Rutsche und hast da nochmal ein Teil. Also es ist tatsächlich oft recht fragmentiert, diese Kampfbereiche, die du hast, sodass oft gar nicht so lange Distanzen entstehen. Und ja, wie du schon gesagt hast, man bewegt sich auch sehr schnell, also man kann für den Anzug irgendwie so ein Abbild freischalten, dass man 30% schneller läuft, dann hat man auch die Möglichkeit, dass man während des Rennens nachladen kann und dann ist man schon sehr fix unterwegs und das macht auch sehr viel Spaß. Also das ist auch der Grund, warum ich es bisher noch spiele. Also die Story ist mir recht egal, aber das ist ja oft so bei mir, aber die Kämpfe machen einfach Spaß und ich werde das auf jeden Fall auch weitergrinden, bis ich da alles freigeschaltet habe. Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Ja, dann gibt es, was ich ganz interessant finde, gibt es halt diesen Loot-Aspekt. Ich weiß nicht, wie das im ersten Teil genau gestaltet war, ich erinnere mich nicht mehr genau, aber hier ist es halt so, dass du in jeder Basis oder in jedem Kampfgebiet, kannst du verschiedene Items einsammeln, die entweder dazu dienen, dass du dafür irgendwelche Updates bekommen kannst, dass du einfach Geld sammelst oder dass du Rohstoffe sammelst, Ressourcen, mit denen du dann zum Beispiel Heilungs-Items bauen kannst oder mit denen du irgendwelche Granaten oder so basteln kannst oder diese Wing-Sticks. Die kann man auch über verschiedene Upgrades, die man bei Händlern kauft, noch verbessern, diese Baupläne sozusagen. Und das finde ich ein bisschen komisch, denn du hast ein Spiel, was auf hohen Speed ausgelegt ist, was auf Fun-Gameplay eben sehr stark ausgelegt ist und dann hast du so diese Option, dass du dann danach durch die Basis gehst und jede Ecke dir anschaust, um dann da irgendwas manuell aufzuheben. Also es ist nicht wie zum Beispiel bei Doom 2016, da finde ich den Vergleich recht passend, da das Gameplay und der Flow recht ähnlich ist, aber du hast jetzt nicht die Möglichkeit, dass du einfach über Sachen drüberläufst und sie aufhebst, sondern du musst wirklich gezielt Sachen angucken, E drücken, aufheben. Okay, und dann geht es halt weiter. Ja, und zusätzlich hast du dann in jeder dieser Basen verschiedene Sammelobjekte, die es gibt. Die werden dir auch angezeigt, wenn du dir auf der Karte die Basis anschaust. Ja gut, diese Sammelobjekte haben auch einen spielerischen Wert, das schon. Also du hast zum Beispiel so, in jeder Basis hast du eine gewisse Anzahl an Kisten, die du aufbrichst und dann ist es da dieses Felddreh drin, was im Grunde die Währung ist. Und ja, da musst du die halt erstmal finden. Die haben zwar so einen pinken Deckel, aber die sind trotzdem manchmal recht gut versteckt, also das ist schon extra so gestaltet, dass man ein bisschen suchen muss. Und man hat gleichzeitig, kann man freischalten, dass man so ein Nahfeldradar hat, sag ich mal. Also du kannst halt sehen, wenn du dich einer Kiste näherst, dann wird dir das oben angezeigt, über so ein verstärktes Signal. Und dann musst du dir das halt suchen, die Kiste, und dann machst du die auf. Und wenn du alle gemacht hast, und wenn du dann auch noch, was gibt es da noch? Es gibt noch so Drohnen, die man zum Beispiel finden kann, die man zerstören kann. Und es gibt auch noch so andere Kisten, mit denen man wieder für den Anzug Upgrade findet. Also es gibt massiv Zeugs einzusammeln. Und manchmal macht es zwar Spaß, die Sachen zu suchen, aber ich finde irgendwie, es fügt sich nicht in das Gameplay so gut ein. Ja, das ist ein Problem. Das habe ich wahnsinnig oft mit so Open-World-Geschichten auch. Wo dann irgendwie Sammelkram eben reingepackt wird. Oder auch dann oft ist es ja so, dass du irgendwie so ein Crafting-System hast und dafür irgendwelche komischen Ressourcen dann einsammeln kannst. Und dann rennst du überall ewig rum und in jedem letzten Winkel, ob da vielleicht noch irgendwo was ist, was du einsammeln kannst. Und es bricht halt einfach echt das Spiel auseinander irgendwie dann teilweise. Also wie du sagst, eigentlich hättest du so einen Flow, den die Entwickler schon versuchen, da reinzubringen. Und dann darfst du da am Ende trotzdem wieder alles dreimal ablaufen. Das ist halt, da stimmt dann einfach das Design nicht. Und das klingt so, als wäre das so ziemlich der Worst-Case-Szenario, was du gerade sagst. Aber wenn ich mir so das Doom-Gameplay, was ja vielleicht so ein bisschen ähnlich ist, mir vorstelle, das Schlimmste, was ich mir da vorstellen kann, ist, wenn ich danach, nachdem ich dann alle umgebracht habe, nochmal den ganzen Spaß wieder ablaufen darf. Genau, ja. Wo ich vorher so schön durchgeflogen bin, mehr oder weniger, und zig Sachen dann zusammensammeln darf. Boah! Ja, genau. Ziemlich furchtbar, muss ich mal sagen. Ja, ist leider auch nicht so schön. Also ich meine, während des Spielens ist es dann nicht so dramatisch. Ich mache das dann halt. Aber es ist, ja, keine gute Designentscheidung. Dann kann ich es passen. Wenn du schon allein sagen musst, ich mache das dann halt. Das sagt ja im Prinzip schon alles aus. Na gut. Ja, und das, was auch schade ist, dass es diese, also Sachen zum Einsammeln oder irgendwelche Dinge, die du finden kannst, das hast du dann tatsächlich auch nur an Orten, die entweder auf der Karte markiert sind oder wo du, vielleicht meine gut, die sind auch markiert, aber dann in Städten oder so. Also dann ist es halt so im nahen Umfeld. Aber das kann jetzt, ich habe es glaube ich noch nicht erlebt, dass ich zum Beispiel einfach mal an so ein paar Lagerhallen vorbeifahre. Okay, ich gehe da mal rein und ich finde da was. Einfach so. Das gibt es nicht. Also es, eigentlich sind Gebäude auch nur zu betreten, wenn da NPCs drin sind oder wenn du da eine Mission hast oder wenn da eben so ein Außenposten ist, wo du irgendwas verledigen hast. Ansonsten sind die mit Brettern vernagelt und das war's. Also du kannst eigentlich, es gibt keine richtige Exploration. Genau. Gibt es leider nicht wirklich. Manchmal gibt es halt so Missionen, wie gesagt, aber das sind auch wieder innerhalb der Missionen, dass du halt, da ist halt ein toter Ranger und du musst irgendwie in das Gebäude reinkommen, dann musst du da irgendwie durch ein Fenster reinlucken und musst auf so einen elektrischen Schalter zum Beispiel schießen, damit sich eine Tür öffnet oder so. Manchmal gibt es so Mini-Mini-Rätsel und das ist auch ganz nett, aber das ist tatsächlich schon das höchste der Gefühle, wo du dann irgendwie mal in Innenräume reinkommst und das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Und auch in der Umwelt gibt es auch so einfach nichts zu entdecken. Also du hast dann zwar, wenn du mit dem Fahrzeug fährst, dann hast du öfter mal, dass am Straßenrand ein Fahrzeug steht, wo drei Mutanten stehen oder dass da ein ausgebranntes Fahrzeug steht, wo ein bisschen Munition liegt und das ist tatsächlich auch spielerisch sinnvoll, denn manchmal raucht dir eben das Fahrzeug ab oder du brauchst Munition und dann kommst du halt da vorbei und das ist gut gekennzeichnet, du gehst da hin und holst dir das eben. Ich hatte auch schon im Moment, ich brauchte Munition und da war eben so ein ausgebranntes Fahrzeug. Ich bin kurz ausgestiegen aus meinem Auto und bin da auf die Kiste zugegangen und man schlägt die halt immer kaputt und dann kommen da die Sachen raus. Dann habe ich die Kiste kaputt gehauen und da kam so ein Mutant rausgesprungen. Das fand ich ziemlich cool. Das war ganz witzig. Ja, ansonsten kann man sich aber auch jederzeit ein Fahrzeug zum Beispiel rufen und man kann auch Schnellreise machen, das hatte ich ja mal schon kurz gesagt, aber es gibt sehr wenig Punkte, an die man die Schnellreise machen kann. Also es gibt halt ein paar Städte, es gibt diese Mutant-Bash-Arenen, die man schon aus dem Vorgänger kennt, wo dann eben so Kämpfe übertragen werden im Fernsehen oder für die Zuschauer da vor Ort, wo man eben sich gegen Mutanten schlägt und da einfach so eine Währung einsammelt und Highscores genannten kann. Das ist aber alles offline, also ich habe noch keine Online-Komponente gefunden. Ja, und also Schnellreise ist nicht besonders effektiv, muss ich dadurch sagen und dann hat man halt die Option, dass man mit seinem Fahrzeug da rum brettert und ja, das geht so. Olli? Ja, was ich eigentlich mir so ein bisschen vermisse, ich hatte eigentlich ein paar ganz coole Sequenzen gesehen gehabt von der Story her, wo du so eine ziemlich bizarre Dame getroffen hast mit so ein paar, ja, wie soll man das nennen, das war so ein Etablissement, und ich weiß nicht, ob du schon da warst im Laufe der Story da, und das sah eigentlich ziemlich interessant aus eigentlich, aber irgendwie habe ich jetzt den Eindruck, dass die Story gar nicht so großartig lang ist und dann doch eher höhepunktsarm eigentlich eher, weil bei den Ausständen, die ich gesehen hatte, wirkte das eigentlich ganz cool, aber vielleicht waren das auch schon die Höhepunkte, die es da halt gibt, die man so halt mal sehen konnte überhaupt. Also für mich klingt das so ein bisschen so, als würdest du von diesem Mutant-Bash reden, waren das so diese, also sie saßt in so einem Stuhl mit so einer Federbohre und ist dann auch... Genau, 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 genau. Genau, ja, ja, das gibt dann so exzentrische Charaktere, da gibt es auch noch ein paar andere Nebencharaktere, die so gestaltet sind, und auch ein, zwei Hauptcharaktere sind ganz cool, vom Aussehen oder von dem, was sie sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass sie einen großen Eindruck hinterlassen oder irgendwie dauerhaft wertvoll wären für mich so. Das ist halt nie so. Das ist halt immer oberflächlich und meistens ist es irgendwie abgedreht, schrill und auch kurz unterhaltsam, aber es ist nicht so, dass mir da irgendwer bisher ans Herz gewachsen ist. Das ist so die Sache. Ja, zur Fahrphysik wollte ich noch was sagen oder zu den Fahrzeugen generell. Es gibt relativ viele Fahrzeuge, man kann die Fahrzeuge auch über das Menü anfordern einfach. Es kostet dann einen kleinen Geldbetrag und die werden dann geliefert, was tatsächlich ganz nützlich ist, wenn man eben mal in der Pampa ist und dann ohne Schnellreise feststeckt. Die Fahrzeuge können aufgerüstet werden, also mehr Panzerung, andere Waffen, mehr Boost und so weiter und so fort. Also da gibt es schon so ein paar Sachen. Das Fahren an sich ist auch okay. Ich habe auch mal ein Rennen gemacht, einfach nur testweise. Das war auch in Ordnung. Ist jetzt aber nichts, was mir persönlich so viel gibt. Deswegen ist es in Ordnung. Es ist okay implementiert. Man kann zum Beispiel auch so Konvois überfallen, wobei mein Fahrzeug ein bisschen schwach dafür war und ich habe dann die verfolgt und dann habe ich gemerkt, oh, ich hatte keine Emotionen mehr. Das war mir vorher noch nie passiert. Ich habe anscheinend 2000 Schuss auf die verballert und habe die nicht kaputt gekriegt. Dann hatte ich aber das Glück, dann habe ich sie weiterverfolgt, ohne schießen zu können. Dann hat sich der Konvoi, das war so ein langer LKW mit mehreren Kanonen drauf und der hatte so mehrere Panzer als Gleitschutz und der hat sich dann irgendwie total verhakt und war eingeklemmt, quasi wie in der Austin-Power-Szene, falls ihr das kennt, als er das Fahrzeug wenden will. Und dann hing das Fahrzeug da so fest und dann habe ich die alle einfach mit normalen Waffen fertig gemacht, was ein bisschen absurd war. Aber das hat dann funktioniert. Hast du viele Bugs wie sowas jetzt in der Art? Weil das klingt ja eher nach einem Bug als irgendwas anderem, was da passiert ist mit dem Konvoi. Ja, genau. Ne, besonders viele Bugs habe ich nicht gefunden. Also es gab schon mal, dass ein NPC irgendwie in ein Gebäude reingebuggt war, wo ich dann aber zum Glück von oben noch reinschauen konnte. Also ich hatte noch die Möglichkeit, ihn da anzuvisieren. Ich hing auch schon mal an ein, zwei Stellen selbst fest, aber ich konnte mich dann immer befreien. Also es war jetzt nie so, dass es extrem war. Und ja, ich finde das auch okay beim Open-World-Spiel. Da muss man halt schon mal damit rechnen, oder solche Dinge passieren. Das kennt man ja selbst von GTA oder anderen High-Class-Titeln. Von daher finde ich das ganz okay. Aber hängende Sounds hast du nicht gehört. Weil ich habe ja einen Streamer, den ich halt geguckt hatte, der hat auf der PS4 aufsichtig gespielt und hat ganz häufig gehört, dass sein Waffensound an einer bestimmten Stelle quasi in der Landschaft dann hängen blieb und er ist dann weggelaufen von und seine Waffe war dann halt stumm, weil er ist, akustisch hat das Gewehr dann halt, ja, da zuletzt geschossen, wo es dann hängen geblieben ist, dann wenn er ausgelöst hat. Das war ein bisschen kurios. Nee, das hatte ich zum Glück nicht. Okay. Hast du den direkt nach Release geschaut, oder wie war das? Nee, heute habe ich den gesehen, aber ich weiß nicht, von wann er ist. Vielleicht ist er ja auch direkt nach Release. Kann ja sein. Ich habe nicht geguckt, ich habe mir geachtet, war der von anderen, als war. Okay. Nee, das ist mir zum Glück nicht passiert. Ich überlege gerade, ich hatte mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, machen wir erst kurz ruhig die technischen Aspekte so ein bisschen. Das sind zwar nicht direkt Bugs, aber ich fand die ein bisschen komisch. Zum einen, was ich vorhin schon kurz gesagt hatte, man muss Knöpfe gedrückt halten, um Sachen zu machen. Also das ist mal wieder die typische Konsolensteuerung. Ich möchte eine Leiter hochdrehen, hochdrehen, okay, dann muss ich erstmal eh eine Sekunde gedrückt halten, bis der Balken voll ist, der mir anzeigt, dass ich den Knopf drücke. Und das ist so. Wie bei No Man's Sky und sowas, ne? Genau. Wie bei No Man's Sky, ja. Das ist ein cooles Spielen. Ja, das hat einen schnellen Gameplay-Flow und dann bin ich da in so einer Basis und das Problem ist auch, wenn, ich könnte eigentlich die Leiter teilweise schon einfach mit einem Doppelsprung erklimmen oder ich könnte an die Leiter dranspringen, geht nicht. Und wenn man diesen Doppelsprung machen will und sich oben einfach an der Kante festhalten will, wo die Leiter endet, dann geht das nicht. Weil da ist anscheinend kein Greifpunkt sozusagen vom Spiel hinterlegt, weil die Leiter im Weg ist oder was. Das heißt, okay, E gedrückt halten, danke, zwei Sekunden die Leiter hochklettern, juhu, ich hab's geschafft, obwohl ich ein Supersoldat bin und eigentlich fünf Meter hoch springen kann, so grob gesagt. Und das ist halt einfach dumm, unnötig und nervig. Ich hab auch, ganz ehrlich, ich hab nie verstanden, wieso Konsolen das immer brauchen, dieses halt irgendwas gedruckt. Ist das, falls einer auf den falschen Knopf vom Gameplay kommt? Nee, ich glaub, das hat mit einer Doppelbelegung vielleicht zu tun. Das könnte ich mir vorstellen, dass man an manchen, also man hat ja nur eine beschränkte Anzahl an Knöpfen und dass man vielleicht dann verhindern will, dass man was anderes macht. Das wär meine Idee dazu. Ja, und das gibt's dann auch bei Fahrstuhlknöpfen, ja, muss man auch wieder gedrückt halten zum Beispiel und das ist halt einfach unnötig und eine schlechte Portierung, das nervt mich ziemlich. Dann hatte ich einmal zu bemängeln, dass man Kontrast oder Gamma nicht einstellen kann, was ich sehr komisch finde. Das Spiel ist halt relativ hell und ich sag mal, ein bisschen ausgeglichen teilweise, was natürlich auch an diesem Setting liegt, an diesen Wastelands. Aber ich kann das Gamma nicht einstellen, das ist doch total eigenartig. Heutzutage ist es doch immer so, wenn das Spiel gestartet wird, dann zeigt er dir so ein Bild und dann sagt er, okay, du drehst jetzt den Slider so weit, dass du das und das gerade noch so sehen kannst mit Kontrast. Gab's nicht. Fand ich super komisch. Auch noch nicht, also hast du mal in den Optionen selber geschaut? Ja, hab ich geschaut, nicht gefunden. Keine Ahnung. Das ist eigentlich nicht immer gut, weil das ist die eine Option, die es immer gibt. Also wenn du sonst nichts einstellen kannst. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht scheiße, das ist doch irgendwo, aber ich hab mehrfach geguckt, ich hab's nicht gefunden, es müsste eigentlich unter Video-Einstellungen oder generellen Einstellungen sein, ich hab's nicht entdeckt. Hm. Und dann hatte ich einmal noch das Problem, was man jetzt auch mir zuschieben kann, aber ich fand, das war ein bisschen schlechtes Design. Ich hab so ein komplettes Banditenlager ausgeräumt, was so 15 Minuten oder so gedauert hat und dann wurde mir auch angezeigt, dass ich alles erledigt hab, also diese Checkliste, du hast alle Kisten gefunden, du hast alle Pads mit Nachrichten drauf gefunden und so weiter und so fort. Dann bin ich gestorben und wurde wieder zurückgesetzt zu der Stelle, bevor ich überhaupt angefangen hatte mit diesem Lager. Und ich find, das ist ziemlich schlecht tatsächlich, wenn man schon alles erledigt hat eigentlich und dann, da hatte ich auch keine Lust mehr das nochmal zu machen, dann bin ich woanders hingegangen. Das war nicht schlecht. Hast du generell viele so Respawns von Visenus in der Open World, wenn du da unterwegs bist? Ja, also wenn man stirbt, dann hat man die Möglichkeit, dass man zum einen sich nochmal selbst wiederbelebt, also das wird dann freigeschaltet, das ist so ein Defibrillator, der quasi eine Rüstung eingebaut ist, den hatte ich dann zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber eigentlich kann man sich dann oft selbst nochmal wieder aufstellen. Ansonsten, wenn man eine Mission verkackt, dann wird man schon ein Stückchen zurückgesetzt, ja, das ist schon. Achso, ich mein jetzt eigentlich, ich mein jetzt Respawns von Gegnern. Achso, okay, sorry. Also man kennt es ja aus Far Cry 2 oder so, die berühmt berüchtigten respawnden Afrikaner, die dann alle Außenposten besetzt haben, ist das da auch so? Ne, das gibt es tatsächlich nicht, also ich glaube, wenn man einmal so einen Bereich gesäubert hat, dann bleibt der auch sauber, wobei man da auch eigentlich auch keine Gründe hat, wieder hinzukehren, also das ist dann halt auch abgehakt. Es gibt dann öfter mal irgendwelche Kämpfe, die man tatsächlich auch aus relativ großer Distanz sieht und hört, das finde ich ganz cool. Da kann man sich einmischen, aber muss man auch nicht. Dann gibt es halt diese NPCs oder diese Gegner, die am Straßenrand stehen, die schießen zwar ein bisschen auf einen, aber wenn man mit dem Fahrzeug vorbei fährt, ist das wurscht. Und eine Sache gab es noch, ja, noch irgendeine Art von Kämpfen, aber achso, genau, Fahrzeuge. Du kannst auch andere Fahrzeuge treffen, aber in der Regel schießen die nicht auf einen. Manchmal kann man mit denen direkt so ein Rennen anfangen, das habe ich aber noch nie ausprobiert, also man kann theoretisch so ein spontanes Rennen mit NPCs machen. Das finde ich tatsächlich alles recht angenehm, dass dir da keine Kämpfe aufgedrückt werden, die du nicht eingehen willst. Das ist gut gelöst. Das gefällt mir tatsächlich sehr gut, ja. Ja, das ist allerdings nicht schlecht, also, weil das machen auch viele Open-World-Spiele falsch. Genau, sehe ich auch so. Ja, und dann würde ich noch zu den technischen Aspekten nochmal kurz kommen und zur Grafik und so, falls ihr nicht noch Fragen habt zu den anderen Sachen. Äh, nö. So direkt fällt mir nichts ein, aber vielleicht kommt noch was. Äh, vielleicht einmal kurz zur Musik und zu Sounddesign. An sich finde ich den Sound ganz gut und auch, äh, diese, ja, überdrehten NPCs, die da vorkommen. Dann hast du zum Beispiel auch so einen fahrenden Händler, der immer vorbeikommt. Der hat dann da so ein, äh, so ein Megafon auf dem Dach und schreit da rum und, äh, das ist alles wie beim ersten Teil, so ein bisschen, äh, sehr laut und abgedreht. Aber das passt eigentlich ganz gut. Was aber nicht so gut dazu passt, meiner Meinung nach, ist die Musik. Die gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Also ich fand zum Beispiel die Musik in Doom fand ich sehr, sehr cool und ich hab die auch mal angelassen. Die hat sehr gut getrieben und hier ist das eher, ja, natürlich weniger rockig, sondern eher so ein bisschen elektronisch, glaube ich. Kann ich grad schlecht beschreiben, aber hat mir nicht so gut gefallen und ich fand auch oft, dass die Dynamik der Musik nicht passt, also dass sie entweder zu lange spielt oder zum falschen Zeitpunkt einsetzt. Also das, hm, hat mir nicht so gut gefallen. Ich hab dann tatsächlich einfach Musik abgestellt und meine eigene Mocke laufen lassen, die da natürlich auch durchlief zugegebenermaßen, aber fand ich dann irgendwie passend und hat mir besser gefallen. Aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Also sonst ist der Sound auf jeden Fall ganz in Ordnung und das fühlt sich alles recht wuchtig an und, äh, ja, da hab ich eigentlich nichts zu bemängeln. Die Kämpfe machen, wie gesagt, Spaß und das Sounddesign spielt da eindeutig auch mit rein. Das ist ganz gut gelungen. Und, äh, zu der Grafik, hm, ich find die Umwelt, ach so, ich spiel auf, äh, 1440p und hab die Grafikeinstellung so auf Mittel bis Hoch, aber nicht auf Ultra, falls es das gibt, also nicht die höchsten Optionen meistens. Und, äh, ich find die Umwelt sehr gelungen, die gefällt mir gut, diese Wastelands, das sieht alles ganz nett aus, aber es ist natürlich jetzt auch nicht was, wo eine Grafikengine besonders glänzen kann, denn es sind nur mal Wastelands, ja, es ist halt eine staubige Wüste fast überall, außer dann vielleicht mal in diesen waldigeren Gebieten, da sieht es ein bisschen anders aus. Was ganz cool ist, dass es viele Objekte gibt in der Umwelt, jetzt nicht wie bei einem Division 2, aber trotzdem, äh, gibt es da einfach viele Kanister, die rumfliegen, viele Kisten, viel Zeugs, was tatsächlich dann auch zum Großteil, äh, physische, physikalische Eigenschaften hat, nee, physische Eigenschaften, ähm, und man kann, äh, zum Beispiel, wenn man mit einem Fahrzeug fährt, dann kann man auch, äh, über Steine zum Beispiel einfach drüber brettern, das finde ich sehr gut gelungen, denn die zerbröckeln dann einfach so die meisten Sachen, also du kannst dich in der Umwelt kaum festfahren oder so, das ist ganz gut gelöst. Ähm, was schlecht gelungen ist, finde ich, sind die NPCs, generell die Charaktere. Äh, bei so Mutanten oder so fällt das natürlich weniger auf, aber wenn du dann, äh, einfach mal nah vor so einem NPC stehst und mit denen sprichst, die haben so ein bisschen dieses, äh, Wachs-Syndrom, was man jetzt bei dem Assassin's Creed 3 Remaster hatte. Äh. das Charaktere in der Engine einfach nicht gut kommen und, äh, Julian meinte auch schon, dass tatsächlich die Innenräume am besten gestaltet sind und ich glaube, das hat er auch, äh, da hat er recht, also das ist tatsächlich mit am besten gelungen, da die Oberflächen einfach gut aussehen und das ist dann eben auch alles ein bisschen künstlicher und das kann die Engine einfach gut und die Beleuchtung sieht gut aus. Ja, aber ich hab jetzt generell trotzdem nicht was, wo ich sag, okay, das ist absolut unspielbar. Wie ist denn bei den NPCs so die Mimik und Animationen und sowas? Ja, auch eher durchwachsen, würde ich sagen. Also, ist mir jetzt nicht super negativ aufgefallen, aber da ist jetzt auch nichts, wo man sagt, okay, das ist jetzt super krass. Also, sie sind, in der Regel sind die Leute, mit denen man spricht, auch recht statisch. Ja, also, da ist jetzt nicht viel Dynamik. Wie gesagt, das ist meistens nicht in Sequenzen und alleine das gebietet wahrscheinlich schon, dass sie sich eben nicht bewegen, sondern dass sie einfach da bloß rumstehen und den Mund bewegen und das ist dann auch meist so und das, da kann halt auch nicht viel übermittelt werden und die Gestik und Mimik ist da nicht besonders überragend, muss man sagen. Ja. Die Performance ist ziemlich gut, muss ich sagen. Ich kann mir leider, wie gesagt, nicht die Frames anzeigen lassen in dem Dome Launcher oder im Spiel und leider hat Flapps auch nicht mitgespielt, deswegen kann ich da jetzt nicht so eine Aussage zu treffen, aber es läuft schon ziemlich gut. Also, ich würde sagen, es ist... Hast du keine NVIDIA-Grafikkarte? Doch, habe ich. Kann man das da über Shadowplay oder Experience einbauen? Kannst du über Experience, ja, oder kannst du die Frames anzeigen lassen. Das hätte ich auch machen sollen. Das war übrigens auch der Weg, wie ich Screenshots machen musste, denn wenn man, also wie gesagt, mit dem Bethesda-Ding ging es nicht und wenn man einfach nur drucken drückt, womit man ja auch einfach ein Bild vom aktuellen Screen machen kann und wenn man das dann einfügen will irgendwo, dann hat man komischerweise den Pause-Bildschirm. Das war super strange. Anscheinend, wenn man... Ja. Normalerweise, also ich kenne das so, dass du bei Spielen oft einfach nur einen schwarzen Bildschirm hast. Ah, echt? Okay. Das ist mir noch nie passiert tatsächlich. Na gut. Was? Das habe ich ständig. Also, mit der Druckentaste mache ich das kaum noch, weil das ist relativ selten bei mir. Ja, hat man schon lange nicht mal ausprobiert, ne? Man war natürlich lange nicht darauf angewiesen. Normalerweise kann man ja in Steam einfach immer mit der Screenshot-Taste sowas machen. Ja gut, dann hätte ich natürlich mit Experience da die Screenshots, äh, die FPS anzeigen lassen können und damit habe ich eben auch die Screenshots gemacht. aber du hattest auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass das irgendwie groß geruckelt hat. Genau. Ja, und ich habe eine 10, 70 aktuell drin und ich denke schon, dass ich meistens 60 Frames hatte. Ich habe halt eine 120-Hertz-Monitor, deswegen kann es auch gut drüber gewesen sein, aber das weiß ich nicht. Joa. Ja, das war es eigentlich so größtenteils. Also, wenn man auf Story Bock hat, dann muss man sich das Spiel nicht antun, aber wenn man wie ich einfach auf Spielmechaniken und auf gutes Gameplay steht, vor allem in den Kämpfen, wie gesagt, das mit den Fahrzeugen so durchwachsen, würde ich mal sagen, war in Ordnung. Äh, aber die Kämpfe sind das Ganze wert und, äh, ja, mir macht das Spiel Spaß und ich werde es auf jeden Fall auch durchspielen. Und da kommt, spielt mir vielleicht auch in die Hände, dass es von der Story her gar nicht so lang ist und dann kann ich einfach mir noch den Archer brinden. Wenn ich alles freigeschaltet habe, dann beende ich die Story. Joa. Okay, also man muss schon wirklich auf diesen, ja, es kriegt jetzt so ein bisschen als wäre es halt so diese typische Open-World-Grind-Aktion, wenn man da drauf steht, dann kann man es mal, kann man es mal mitnehmen und vor allen Dingen halt auf die, auf die Schusswechsel, die, äh, so Doom-mäßig. Genau. Bis auf die Glory-Kills fühlt es sich sehr ähnlich an wie Doom, wobei ich sogar noch finde, dass es sich ein bisschen cooler spielt als Doom, denn bei Doom hatte man ja im Grunde nur die Standard-Skill-Sets und dann hatte man zusätzlich zu den Waffen noch die Runen, die man einsammeln konnte. Und hier ist es tatsächlich so, dass man diese verschiedenen Bewegungsoptionen noch hat oder Kampfoptionen, die das Ganze noch mal ein bisschen cooler gestalten. Also es fühlt sich ein bisschen... Ach, da hatte ich eine Frage hatte ich noch. Fällt mir gerade ein. Und zwar im ersten Rage gab es doch diese, da war ja eins der Hauptargumente des Spiels oder eins der coolsten Sachen, die damals so neu waren, waren doch diese Gegner, die so krasse Bewegungsmuster hatten, die irgendwie an irgendwelche Wände gesprungen sind und decken und sowas und bla bla bla. Gibt es das dann hier auch wieder, dass die Gegner so, äh, krasse Bewegungen durchführen oder ist es da eher Standard? Äh, das gibt es weiterhin bei den Mutanten. Also die menschlichen Gegner, die eben dann auch in der Regel Fernkampfwaffen einsetzen, die sind nicht so pfiffig, aber die Mutanten machen das schon noch und ich denke mal, das ist auch das gleiche oder ähnliche Modell, wie es bei Rage 1 auch schon war. Also wenn man zum Beispiel, wenn man diesen Bummern wirft, diesen Wingstick, dann kann es gut sein, dass der Mutant einen Sprung zur Seite macht oder dass er, wenn er dich angreift, dass er dann mal kurz an die Wand springt, so wie das im ersten Teil auch war und dann auf die Kuss geht. Das gibt es noch. Genau, das ist weiterhin so implementiert und das ist auch ziemlich cool, aber es ist nicht so präsent wie im ersten Teil, da wie gesagt diese Mutantenkämpfe zum Glück und vor allem diese diese Abwasserkanalkämpfe oder diese Dungeonshöhlen nicht so präsent sind, aber das finde ich auch sehr gut. Mir gefällt das so besser. Ja. Ja, ab und zu gibt es noch Bosse, genau, das war im ersten Teil auch. Gibt es hier auch wieder, aber so viel habe ich noch nicht gesehen. Es gibt auch immer so wiederkehrende Minibosse, die dann eben auch so Sidequests sind beziehungsweise Abhack-Missionen auf der Minimap. Das ist auch ganz cool, aber auch jetzt mittlerweile schon nicht mehr die große Herausforderung. Jo. Gut, ich würde sagen, das war es zu Rage 2 und auch mit der heutigen Folge. Wenn jemand noch Fragen zu Rage 2 hat oder zu den anderen Themen oder auch Feedback oder auch selbst an der nächsten Folge teilnehmen will eventuell, vielleicht auch, wenn wir über Plague's Tale Innocence sprechen. Falls da jemand was beitragen möchte, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ansonsten könnt ihr uns erreichen über per E-Mail über pcgcpodcast at gmail.com unter Twitter mit dem Handel at podcast pcgc Im pcgames.de Forum haben wir unseren eigenen Thread oder aber ihr findet die Informationen zu unserem Discord auch dort und die findet ihr auch bei Soundcloud und Spotify. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein zum pcgames.de in die Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.